Gleich geht es los mit der Pen & Paper Rollenspielrunde. Es ist ein Fanprojekt. Alle Beteiligten sind Laien und es wird so gespielt, wie es ihnen Spaß macht. Sie verkörpern dabei fiktive Charaktere. Sie Schauspieler. Aussagen und Handlungen der Charaktere können also stark davon abweichen, was die Beteiligten denken oder tun würden. Dabei können auch schwierige Themen vorkommen. Wenn du merkst, dass das gerade nichts für dich ist, dann überspring die Szene oder schau einfach in der nächsten Folge wieder rein. Und damit viel Spaß. Sie lügen, wenn sie sagen, das Licht sei der Ursprung. Ich habe es gesehen und weiß, dass die Dunkelheit unsere wahre Heimat ist. Und nun, da diese Dunkelheit ihr Recht am Himmel fordert, fliehen die feigen Lügner, die Alten, die Sterne hierher zurück. Doch hier warte ich und ich werde ihre Seelenlieder finden. Ich werde euch alle von ihren Lügen befreien. Das Licht muss enden, damit wir alle zurückkehren können in die Unendlichkeit der Dunkelheit, von der wir kommen. Ich bin Arantalwar. Und wer soll mich aufhalten? Ja, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen & Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder Cinema in Aventurien und rythmen uns dem letzten Prelude. Wir stellen heute den letzten Spieler vor für die Kampagne, die ansteht. Und schön, dass ihr alle da seid. Ist denn hier schon alles im Chat aktiv? Elano habe ich schon gesehen. Tengil ist da. Rentaro ist da. Van Arun ist da. Biesel ist da. Ja. Schön, dass ihr alle hier seid. Freue mich. Und ich hoffe, wir haben einen angenehmen Spieleabend heute. Ich bin immer noch etwas erkältet. Geht irgendwie nicht ganz weg. Wird mal besser, mal schlechter. Aber wenn ihr das letzte Prelude gesehen habt, da habe ich ja kaum sprechen können. Heute ist das alles ein bisschen anders. Ich begrüße recht herzlich den Rentaro als Lumin Geldor von Trallo. Hallo zusammen. Den Krieger aus Weiden. Und bin mal gespannt, was wir heute über den Lumin erfahren können. Das Prelude ist das letzte, genau. Das allerletzte. Möchte auch direkt mal sagen, schön, dass ihr irgendwie alle wieder hier so da seid. Ich hoffe, ihr übersteht auch die kleine Winterpause, die nach diesem Stream kommt. Denn zumindest rollenspieltechnisch, ich weiß nicht, ob ich das zwischendurch noch mal irgendwas anderes mache oder so, ist es der letzte Stream für dieses Jahr. Was jetzt ja auch nicht mehr so viele Wochen sind. Aber auch im Januar nehmen wir uns eine kleine Auszeit. Und ja, Ende Januar, Anfang Februar geht es dann los mit der Kampagne und auch die Splitterdämmerung hat ein bisschen Auszeit. Das heißt, ja, da müsst ihr ein bisschen ohne den Koali auskommen. Aber ich glaube, das schafft ihr alle. Ihr seid ja schon groß und stark. Genau, der Rintaro ist reingesprungen in die Kampagne mit hinein. Als Ersatz für Sierra, hatte ich beim letzten Mal ja auch schon gesagt. Die Sierra kann aus technischen Zeitgründen dann doch nicht mitspielen. Und dann hat sie gesagt, bevor ich jetzt irgendwie in die Kampagne rein starte und dann irgendwie nach fünf Sessions oder so sagen muss, ich kriege das zeitlich nicht hin, dann würde ich doch lieber, bevor ich das Preload gespielt habe, auf. Sehr gut. Und deswegen habe ich einen Spieler gesucht und musste am Ende aussortieren. Herzliche Grüße noch mal an alle, mit denen ich Gespräche geführt habe. Und der Rintaro ist es dann geworden. Mit all seinen Vor- und Nachteilen, die er mitbringt. Wer denn ein aufmerksamer Koali-Zuseher oder Zuseherin ist, kennt den Rintaro schon. Der hat nämlich schon mal bei mir mitgespielt. In einem One-Shot. Ebenfalls in Aventurien. Damals hast du so einen Jäger gespielt, glaube ich. Korrekt. Und ich war, glaube ich, mit einer Zageweiten, die habe ich ganz groß angeguckt und habe ja auch die Tasche getragen und sowas, glaube ich. Wie man das als vernünftiger Aventurier so macht, wenn er mit Zageweite kommt, muss man ja auch die Tasche tragen. Ja, generell eine Geweite. Das war ja was ganz Besonderes für meinen damaligen Charakter. Mal gucken, ob du auch dem Geweiten in unserer Kampagne die Taschen tragen darfst. Wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht bezahlt er dich dafür. Dann, nee, wahrscheinlich trotzdem nicht. Wanderunen sagt, ich brauche auch Zeit für die Familie. Ja, das brauche ich auf jeden Fall. Schön, dass du auf so viel Gegenliebe stößt. Ja. So, kurzes Ding noch vorneweg. Ihr kennt das vielleicht ja schon. Wir versuchen hier in Cinema zu spielen. Ausrufezeichen, System. Fricht da auch ein bisschen Infos dazu. Könnt ihr euch das Rollenspielsystem auch runterladen. Die Version, die ihr da findet, ist ein leichtes. Die Grundversion, wir spielen eine leicht abgewandelte Version davon. Die wird auch irgendwann mal veröffentlicht. Mal gucken, ob der Marot das irgendwann mal hinkriegt. Genau, aber das ist so, damit ihr den Eindruck bekommen, was für ein System im Hintergrund läuft. Ihr werdet davon nichts mitbekommen. Auch der Retaro kriegt vom System groß nichts mit. Das läuft eigentlich alles über den Spielleiter. Und wir bespielen aber die Spielewelt Aventurien. Also deswegen steht da auch das schwarze Auge, weil wir halt im gleichen Setting spielen. Und das System Cinema bringt es so mit, dass man sehr viel Zeit IT verbringt. Das heißt, wir versuchen uns hineinzuversetzen in unsere Charaktere. Deswegen kann es sein, dass wir hier auf den Chat nicht so richtig eingehen können. Ihr dürft ruhig mitschreiben, mitfiebern, Kommentare schreiben. Elanor ist zum Beispiel auch da als Moderatorin. Die guckt dann ein bisschen drüber. Ich lese das auch alles, aber erwartet nicht, dass der Retaro oder ich irgendwas antworten, wenn ihr Fragen stellt. Denn es kann sein, dass wir so im Spiel vertieft sind, dass wir da nicht drauf reagieren können. Also nicht böse sind. Gerade im Prelude wäre schade. Genau. Ja, und es ist ja auch ein One-on-One-Spiel hier. Das heißt, wir haben auch beide wahrscheinlich keine Zeit groß, irgendwas anderes nebenbei zu machen, weil wir immer irgendwie auf des Messers Schneider agieren müssen hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. vielleicht sogar. Ja. Vielleicht magst du, kurz bevor wir anfangen, so ein bisschen was über deinen Charakter, den Lumengeldor von Trallo erzählen. Was die Leute wissen sollten, bevor es irgendwie losgeht. Wir werden ihn gleich ein bisschen intensiver kennenlernen, aber vielleicht so ein paar grundlegende Sachen, damit schon mal so ein paar Boundaries gesetzt sind. Wo kommt der her? Was ist das für einer? Und so weiter und so fort. Ja, Lumengeldor von Trallo kommt, was heißt lustigerweise, aber kommt dann auch aus Weiden, aus Tralop oder in der Nähe von Tralop. Und zwar westlich von der Stadt Ritila, nördlich, nordöstlich von Tralop an dem Fluss Rathiel hat er sein Zuhause. Und ja, also er ist dunkelblonde Haare, blaue Augen erst mal zum Äußeren, recht gut durchtrainiert und stahlblaue Augen, was ein definitiv hervorstechendes Merkmal ist. Und er lebt da quasi, also kümmert sich hauptsächlich um Landwirtschaft. Und er ist so ein bisschen, mit drei Geschwistern wird er groß und lernt halt das Kampfhandwerk. Wie das mit der Familie ist, er ist auch irgendwie der einzigste Blonde in seiner Familie. Alle anderen sind halt irgendwie braun oder noch dunkelhaariger. Warum das so ist, weiß man nicht genau oder will man nicht wissen. Man weiß es nicht. Zarssegen. Zarssegen, exakt. Das wird sein. Ja, und ich denke, für den Anfang reicht es, glaube ich. Ich denke, man lernt ihn sonst heute noch genug kennen, hoffe ich. Ja, gut. Dann begeben wir uns mal hinein in die Geschichte. Und ich schalte hier mal auf Aufzeichnung. Recording in Progress. Wir beginnen nicht 1041 nach Bosporans Fall, die Gegenwart der Kampagne, sondern unser Blick geht weit in die Vergangenheit. Nämlich befinden wir uns, bis wir Lumin das erste Mal begegnen. 1020 nach Bosporans Fall. Also vor genau 21 Jahren. Die Gegend um Tralop herum, die Landstrich Weiden, ist vor einigen Jahren, vor ungefähr 4-5 Jahren, kurz, vielleicht sogar zeitgleich, mit Lumins Geburt von einer Vampirplage heimgesucht worden. Wer dazu mehr wissen möchte, schaut mal in das Abenteuer unsterbliche Gier. Der Standteil der Boborat Kampagne. Und von dieser Vampirplage hat sich der Landstrich zwar erholt, aber so richtig sind die Vampire niemals verschwunden aus Weiden. Es waren so viele, dass man sie nicht alle ausmerzen konnte. Sie haben sich gut versteckt, haben im Untergrund gewartet und haben dort ihr Unleben gefristet. Und selbst die Helden, die damals die Geschehnisse untersucht und die Bösewichte bekämpft haben, konnten nicht dafür sorgen, dass alles der bösen Machenschaften aufgedeckt und ausgemerzt wurde. Wie gesagt, das war ungefähr zu dem Zeitpunkt, als Lumin geboren wurde und nun sind fünf Jahre vergangen, wir zählen, schreiben das Jahr 1020 nach Bosporansfall auf dem Anwesen der von Trallops, äh, Trallon, na, der von Trallos. Vielleicht magst du mal kurz beschreiben, wie das Anwesen aussieht, wo es irgendwo, wo es gelegen ist, haben wir gerade ja schon gehört. Am Neuenaugensee, am Fluss Raschil, äh, westlich von Ratila, westlich. In der Nähe von einem Wald und, äh, wie sieht denn dieses Anwesen aus, was ist das für ein Anwesen und womit verdient deine Familie, ähm, ihren Adelstitel? Also, das ist ein kleine, also schon eine kleine Festung, kann man sagen. Also es ist jetzt keine Burg, ja, es ist schon eher, ähm, es ist komplett Häuser aus Stein, bis auf die Scheune vielleicht. Es ist ein Graben, es ist quasi ein Quadrat, äh, angebaut, rundherum sind halt Gebäude und um dieses Quadrat rum ist komplett ein Burggraben. Es führen nur zwei Brücken auf, äh, das Anwesen direkt. Davor ist ein kleines Dorf, eine kleine Siedlung mit Bauern oder beziehungsweise immer mal, äh, verteilt, denn seine Familie verdient hauptsächlich Geld mit Landwirtschaft. sie haben eine Kapelle auf dem, ähm, äh, auf dem Grundstück, denn sie sind natürlich gottes, äh, fürchtig und, ähm, brauchen natürlich auch was zu beten, ohne da irgendwie großartig immer in die Stadt zu reisen. Von daher läuft es. Das ist im Prinzip auch schon so, also, wie gesagt, relativ viele Felder, ein Wald in der Nähe, wo man auch mal was jagen kann, also grundsätzlich geht's denen da, wo die sind, von rein von der Lage her eigentlich ganz gut. Es ist Nacht und Lumin kann nicht schlafen. Genauso wenig wie sein zwei Jahre älterer Bruder Olin, der vielleicht sogar dafür sorgt, dass Lumin nicht schlafen kann, weil er derjenige ist, der ständig die, ähm, die sperrigen und schweren Fensterladen vom, von der, vom Fenster eures Zimmers immer wieder öffnet, obwohl es draußen ein kalter Wind weht und dann der Fensterladen gegen die Wand pochert, wenn er denn geöffnet ist und dafür sorgt, dass dieses ständige Pochen und Klockern Lumin nicht schlafen lässt. Währenddessen strummert Olin im Zimmer herum, selbst im Dunkeln und befasst sich mit, ähm, einer großen Sammlung von holzhölzernen Klötzen, die ihr in einer Ecke von dem Zimmer auf einem reich verzierten, thulamidisch wirkenden Teppich aufgebreitet habt. Olin, ich will schlafen. Lass doch mal die Fenster zu, es ist verdammt kalt. Nein, es ist warm. Es ist, das, nein, äh, würde aufstehen und Richtung Fenster gehen und, äh, diese schließen wollen. Es ist kalt und macht die Fenster leben zu. Mir ist warm. Dann mach dir kühle Gedanken. Wie geht das? Was weiß ich? Und, äh, ich will noch nicht schlafen. Guck gerade so auf die Bauklötze. Ja, und morgen bist du wieder müde und kriegst du wieder Ärger von Mama und Papa. Hast du noch eine Kerze, meine ist runtergebrannt. Was kriege ich dafür? Einen Abwasch. Zwei. Aber nur, wenn die Kerze noch vollständig ist. Bei dem zweiten hilfst du mir. Na gut. Okay. Und holst so eine, weiß ich nicht, so eine Viertel abgebrannte Kerze aus einer Ecke. Prima. Dann kann ich jetzt ja auch den Turm auch mal größer bauen. Ich hab versucht, hier die, unser Anwesen nachzubauen. Ich setz mich quasi zu ihm, guck auf die Bauklötze. Du hast die zweite Brücke wieder vergessen. Ja, wir haben keine langen Klötze mehr. Dann nimmst du halt zwei Kurze. Wo ist denn das Problem? Dann hält das nicht. Wenn's einfach nur fürs Aussehen, was willst du denn drüber reiten lassen? Die Holzpferde haben wir noch unten. Ja, dann springen die halt über die Brücke. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ich glaub, ich muss sie erst holen gehen. Ich geh mal. Wenn die dich draußen erwischen, dann kriegst du wieder Ärger. Nein, du kriegst Ärger, weil du den Fensterladen zugemacht hast, obwohl ich gesagt hab, dass es hier scheiße warm ist. Du sagst dich fluchen. Tu was dagegen. Ich nimm einen Klotz und werf ihn an. Mit einem dicken Plock landet der Klotz am Hinterkopf deines Bruders, der sich gerade dann durch die Tür schlängelt mit der Kerze in der Hand und auf den Flur tritt. Ich hab was dagegen getan. Und jetzt? Und steht auf. Und stemmt so die Hände in die Seiten. Er verschwindet im Gang und lässt dich im dunklen Zimmer zurück. Ich mach zumindest die Fritz der Läden auf, dass ein bisschen Mondschein reinkommt. Guck raus. Das ist doch wieder auf. Ja. Zumindest mal kurz. Bis es mich wieder fröstet. Und ich die Läden wieder zumache. Irgendwo in der Ferne heult ein Wolf. Dann mach ich es. Der volle Mond bringt tatsächlich genug Licht. Und jetzt erst wird Lumin klar, dass er wahrscheinlich gar nicht wegen der Kälte das Fenster geöffnet hat, sondern damit er genug Licht hat, um seine Bauklötze bauen zu können. Denn der Lichtschein fällt genau auf den Spielteppich. Ah. Ein Fuchs, mein Bruder. Ja. Ich weiß ja, was er bauen will. Ich setze mich einfach schon mal hin und baue schon mal so, wie ich mir das vorstelle. Ja. Es dauert und dauert und du baust da ein bisschen dran rum und verbesserst die architektonisch schlechten Entscheidungen deines Bruders. Das geht ja gar nicht. Das fehlt ja beim nächsten Wind auch zu. Und hörst dann irgendwann ein lautes Poltern von draußen. Dann stehe ich auf. Olin, du Idiot. Und geh mal zur Tür und schau mal durch die Tür und guck mal nach rechts und links, ob irgendjemand auf den Fluren ist. Flure sind dunkel. Nur der Mondschein erleuchtet noch ein bisschen durch die verglasten Fenster des Ganges. Okay. Ich reibe mir so ein bisschen die Hände und habe jetzt keine Kerze mehr, weil es tatsächlich meine letzte war und tapse mich mal. Ich kenne die Gegend ja beziehungsweise mein Zuhause ja schon relativ gut. Im Dunkeln vorsichtig in die Richtung, wo ich meine, die Geräusche gehört zu haben. Schleicht der fünfjährige Lumin durch die Gänge des Anwesens und irgendwann hörst du dann weiteres Gepolter und Gezeter sogar und einen Schrei, einen hohen, schrillen Frauenschrei irgendwo aus der Richtung des großen Saals unten. Ich laufe schnell hin und wenn ich irgendwas auf dem Weg sehe, einen Kerzenständer oder was weiß ich nicht, was mir helfen könnte, dann würde ich den an mich nehmen und dorthin laufen. Du läufst vorbei am großen Familienwappen, das dicke Turmschild, was aufgehängt ist und dahinter hängen tatsächlich zwei Reiter-Säbel. Da könntest du dir von einem schnappen. Wenn du zwischendurch auf den Stuhl kletterst, kommst du sogar oben an die Griffel heran. Das kriege ich Ärger, wenn das alles runterpäufle. Egal, ich muss mein Haus verteidigen, ich stelle den Stuhl irgendwie dran, klettergegebenenfalls noch über eine Kommode und so mit Zehenspitzen und ich muss es ja auch irgendwie hoch kriegen, so Zentimeter für Zentimeter und versuche dieses Schwert daraus zu kriegen, was wahrscheinlich ungefähr so groß ist wie ich selber. Behände klettert Blumen auf die Anrichte, vom Stuhl auf die Anrichte und von der Anrichte irgendwie auf Zehenspitzen an das Turmschild mit den Säbeln heran und zieht und zetert und natürlich macht es ein lautes Krach und das Schild samt der Säbel foltert herunter. Gerade kannst du einen Ausweichschritt machen, dass du selber nicht von dem Schild heruntergerissen wirst und balancierst auf einem Zehenspitzen noch auf der Kommode und kannst dich gerade so abfangen bevor du selber zum Boden fährst. Du siehst nur auf dem Boden jetzt das Schild und die Säbel. Verdammt! Ja, ich schnell die Kommode runter und eins der Schwerter aufgenommen und guckt nochmal so nach dem Motto verdammt das gibt Ärger und wetzt Richtung Frauenschrei. Einer der Säbel schwer wie er nun mal ist für einen kleinen Jungen trotzdem geschultert. das Ding ist sogar recht scharf aber Lumin passt auf ihn sich nicht selber in die Schulter zu rammen oder so wie ein Zweihänder führt er diesen kleinen Reiter Säbel mit sich und schleicht in die nächsten Zimmer und hört dann wieder Schreie und folgt den Schreien bis er dann die letzte große zweiflügelige Tür sieht die sonst immer geschlossen ist die zum Speisesaal führt und heller Lichtschein daraus hervorkommt aus der zweispalt geöffneten Tür und der Vater so weißt du sagt diese Tür muss immer zu sein das Personal kriegt öfters einen Einlauf wenn sie das vergessen dann atmet Lumin tatsächlich einmal tief ein versucht sich irgendwie Mut zu machen greift noch mal etwas diesen Zweihänder etwas fester und ich will mal Mann des Hauses werden und geht quasi durch die Tür macht sie auf glinzt ein wenig rein und in dem Moment hört man auch schon ein Kampfschrei deines Vaters du erkennst die Stimme deutlich und als du um die Ecke lugst siehst du tatsächlich den Ausfall Schritt noch deines Vaters der sich zwischen eine unbekannte Person und deinen Bruder gestellt hat der irgendwie weinend unten auf dem Boden sitzt die Kerze umgestülpt und ausgegangen auf dem Boden irgendwie sitzt er da zwischen seinen Bauklötzen die hier im Speisezimmer aufbauen in einer Ecke sind dein Vater dazwischen zwischen diesem zwischen ihm und dieser merkwürdigen Gestalt die dein Vater ebenbürtig groß ist Ich kriege große Augen sehe meinen Bruder sehe meinen Vater und würde versuchen zu meinem Bruder zu kommen vor aus Gesetz ich muss mich da nicht mitten ins Getümmel stürzen und ihn da weg ziehen Der Tisch sorgt dafür dass du entweder den Tisch unter oder über krabbeln musst um auf die andere Seite Richtung deinem Bruder zu kommen oder du müsstest am Fremden vorbei Ich bin klein ich krabbel natürlich unterm Tisch drunter her natürlich mein Vater bemerkt natürlich dass du reingekommen bist bricht seine Kattacke ab und keift ein lautes Nomin weg raus hier aber Odin raus hier er überlegt erst so ein zwei dann kreuzten die beiden wieder die Säbel Sekunden und ich gucke und sehe Lubin immer noch da in Gefahr der einfach nur heulend da auf Boden sitzt und er legt das Schwert erstmal ein bisschen auf Seite damit er ein bisschen agiler und fixer sein kann die Glocke der Kapelle erklingt nun in einem lauten Gebimmel ein Alarm wahrscheinlich und würde dann nochmal zwei drei tiefe Atemzüge nehmen und werde unter diesem Tisch hervor versuchen zu sprinten und zu meinem Bruder zu kommen um aus dem Raum zu ziehen sprinten dem schweren Säbel hinter dir her ziehend den habe ich ja liegen lassen ganz alleine zu deinem Bruder hin der tränen übersät in der Ecke sitzt und gar nicht hingucken mag und währenddessen kreuzen sich abermals die Klingen von deinem Vater und dem Fremden wie gesagt ich versuche Odin da mit beiden Händen zu packen und ziehen komm schon wir müssen weg hier Papa mach das schon reiß dich zusammen komm schon und ich ziehe ihn mit all meiner Kraft die ich habe und so zwei Jahre älter aber dann schaut der zwei Jahre ältere dich an und schaut so ein bisschen über deine Schultern weg hinter dir und dann drehe ich mich so erschrocken um eine weitere vermummte Gestalt ist aus den Schatten getreten und versucht nach dir zu greifen so einen Blick kurz zum Schwert was ich unter dem Tisch habe liegen lassen und zu der Person die auf mich zukam beziehungsweise auf diese Hand und versuche unter dieser Hand hindurch zu mich zu ducken und zu diesem Schwert zu kommen duckst dich tatsächlich von dem Griff weg während dein Vater ein weiteres Mal um ihn raus hier keift seinen Angriff abbricht und einen Ausfallschritt zur Seite macht und den zweiten Fremden mit einem festen Schwung mit seiner Schulter wegrammt so dass der Fremde zu Boden geht und dir die Zeit verschafft weg zu laufen und schirmt dein Vater quasi zwei Fremde ab zu zwei Seiten ich würde mir das Schwert wieder schnappen was wieder ungefähr so groß ist wie ich und total jetzt mittlerweile mit der Panik zu tun gehabt weil eben hat das noch so ein bisschen überblick bekommen jetzt kommt plötzlich noch ein zweiter und würde halt erst mal ein zweimal wachen rufen und das Schwert währenddessen nehmen und ja jetzt quasi noch mal so ein bisschen die naja die Szenerie beobachten um zu gucken okay was kann er jetzt machen kommt er noch zu Olin oder kann er jetzt hier nur aus diesem Raum raus oder welche Möglichkeiten zwischen dir und Olin Olin steht jetzt der Fremde also der neue Fremde und dein Vater okay und habe ich den freien Weg zu einer Tür Ja du kannst wieder raus oder zur Seitentür raus ganz am Ende des Ganges natürlich Wo weiß ich denn wo am ersten ich Leute finde die uns helfen können oder die meinem Vater helfen können Du könntest zur Haupttür raus dann wirst du wieder in so einem großen Saal und dann noch einen Gang entlang und dann wirst du quasi im Befangsteil wo es rausgeht auf den Hof Okay da sollten auch immer irgendwo dann nehme ich meine kleinen Beine in der Hand wenn ich jetzt hier nichts machen kann sondern eher im Weg stehe und renne und er läuft und versucht Hilfe zu holen er sucht irgendjemanden den er mitnehmen kann der irgendwie zumindest so groß ist wie die anderen dass er helfen kann du trittst heraus irgendwie aus dem Zimmer in den kleinen in dieses kleine Vorzimmer durch das du eben schon mal durchgeschlichen bist und achtest gar nicht groß auf deine Umgebung und hast die Tür im Sinne die dich weiter führt in den Gang und dann raus und bemerkst gar nicht die zwei weiteren Gestalten die hinter neben der Tür gewartet haben und eine davon greift dann nach dir und zerrt dich quasi von den Füßen hoch und leckt dir die Hand über den Mund ich versuche zu zappeln und mich zu bewegen und zu schlagen und zu treten und wenn ich irgendwie Finger zwischen die Zähne kriege gegebenenfalls auch zu beißen das beißen hat Erfolg irgendwie ein lautes aufbrüllen deines Gegners der dich dann loslässt dich wieder zu Boden hart zu Boden plumpsen lässt hältst schwer auf den Boden der hat dich quasi ja schon so einen Meter hoch gerissen und nun dich mit bösen Augen unter seiner Maske anfunkelt und das ist ich ringe kurz nach Luft und nehme direkt meine Beine wieder in die Hand und versuche weiter und und renne hier vier vier Feinde mindestens hallo die beiden Erwachsenen rennen dir hinterher sind dir natürlich überlegen in eine Art von Schnelligkeit ja ich versuche das so ein bisschen so hasenmäßig zickzack irgendwie ab so und dann kenne ich vielleicht auch noch irgendwie die Gänge besser unter dem Schemel hindurch verlierst dadurch allerdings die gerade Route so dass der eine von den Fremden dir den Weg nach draußen versperrt während der andere sich hinter dir postiert und dich irgendwie versucht richtig zu jagen und sie kreisen dich quasi von zwei Seiten ein und just in dem Moment als du fast keine Chance auf Flucht mehr siehst und irgendwie schon überlegst wie du einen Angriff abwehren könntest der jetzt irgendwie unweigerlich kommt greift eine weitere Hand von hinten einen dieser Fremden der der in der Tür steht nach draußen um den Hals und es macht ein lautes knackendes Geräusch und du siehst im Hintergrund eine dunkel eine Gestalt mit einer dunklen Hautfarbe und merkwürdigen weiten Gewändern den kennst du auch die Gestalt das ist der neue Hilfe deines Vaters den er von der letzten Reise ins ferne Land der Wüste die er begleitend mitgebracht hat der Fremde der kaum eure Sprache spricht und dem du auch mal ein bisschen Angst hast aber der hat gerade einen der Fremden ziemlich einfach niedergerogen in dem Moment ist der schwarzhäutige Mann mir lieber als die schwarz maskierten Leute ich werde den einen Typen wahrscheinlich noch mit irgendwas bewerfen was ich irgendwie in die Finger gekriegt habe ich weiß nicht ob das gut ist oder vielleicht geht auch irgendwie ein Porzellan Ding zu Bruch oder sowas ich weiß es nicht eins der teuren Vasen zerdeppert am des Fremden und ich renne zu dem dunklen Mann und rutscht ihm gegebenenfalls wenn denn der andere Körper nicht einfach davor liegt zu dem dunklen Mann so versucht so ein bisschen unter die Beine durchzurutschen rutscht ihm zwischen den beiden durch und im gleichen Augenblick zieht er einen großen krummen Säbel von seinem Rücken und stellt sich breitbeinig vor dich und ruft irgendein merkwürdiges Kauderwelsch Richtung des zweiten Fremden schaut dann zu dir runter und sagt keine Angst Kleiner mein Papa braucht Hilfe und ohne ihn auch beeil dich und hat aber schon auch so ein bisschen Tränen in den Augen und so ein bisschen Rotzer in der Nase Ja In dem Moment kommt aus der Angriff des Fremden in der in der Dunkelhäutige mit Leichtigkeit pariert den Säbel einmal herumzieht Er ist ihm auf jeden Fall kampftechnisch überlegen das sieht Lumin sofort die zweite ausfallende Bewegung kreiselt der Säbel an der Seite lang und hinterlässt einen tiefen Schnitt beim Fremden und das Blut sickert auf der Brust harnisch hervor Lumin kriegt große Augen und ist für den Moment erstarrt also dieses Kunstwerk Schauspiel liegt im Auge des Betrachters beiwohnen darf und versucht sich dann zu fassen guckt auf die Leiche ist noch mal kurz erstarrt und würde dann wahrscheinlich einen Dolch den er liegen hat mir schnappen und dann versuchen im nächsten Augenblick siehst du deinen Vater und deinen Bruder wie sie im Türrahmen stehen und euch anblicken Papa du lebst los Olin zu deinem Bruder der kleine Junge läuft irgendwie zu euch über ja Lumin hat einfach so in seiner rechten Hand einfach fest diesen Dolch gegriffen und bring sie auf ihr Zimmer und bewache sie Papa wir können helfen ihr macht gar nichts aber ich habe ein Messer ich kann helfen ihr bleibt bei Azim Azim du musst Papa helfen dein Vater will ich euch schützen los hier lang ich also Azim muss mich so ein bisschen ziehen ja aber ist natürlich bei weitem überlegen und hat überhaupt kein Problem damit mich zu ziehen und spätestens wenn wir auf unserem Zimmer sind sage ich ich beschütze Odin geh du und hilf Papa dein Vater deutliche Anweisungen geben und jetzt kriegst du von mir eine Anweisung dass du Papa helfen sollst ich keine Schuld bei dir nur bei deinem Vater ich guck so böse wie ein fünfjähriger gucken kann dein Vater große Krieger dein Vater wenn du nicht gehst gehe ich und würde versuchen an ihm vorbeizugehen er hätte dich so am Schlawittchen fest wenn ich nicht so viel ja ich werde jetzt nicht irgendwie mit dem Leuch auf den einstechen oder sowas aber ich werde mich halt ein bisschen also ich werde halt quengeln und zetern und sowas und irgendwann dann wahrscheinlich auch Ruhe geben wenn er da beharrlich einfach nur entspannt in der Tür sitzt ein paar Minuten später kommt deine Mutter und öffnet die Zimmertür sieht euch geht es gut das ist sehr schön wir haben die Angreifer so weit abgewehrt wir suchen jetzt noch das Haus ab bleibt ihr hier bei R7 er kümmert sich um euch geht's Papa gut Papa geht's natürlich gut bleibt hier ich kann helfen ich beschütze dich du bleibst hier bei Asin aber ich kann dir helfen du bleibst hier bei Asin okay du passt auf deinen Bruder auf wie das große Aufgabe kleine Junge guckt so zu seinem Bruder sitzt der ältere Bruder sitzt immer noch weint hat sich jetzt auf sein Bett geschmissen also richtige Schmollmine setzt Lumen jetzt auf wirft den Dolch irgendwie auf den Boden setzt sich zu seinem Bruder hey lass uns die Festung weiter ausbauen wir müssen sie verbessern damit Angreifer nicht wieder so eine Chance haben hilfst du mir keine Lust auf Festung aber die kann uns dann beschützen dann können wir das Papa zeigen und dann können wir Verbesserungen vorschlagen meinst du besser als hier rum zu sitzen und zu heulen oder na gut guck A7 noch mal böse an du darfst nicht mitspielen A7 nimmt den Dolch vom Boden hoch dreht den so zweimal dreimal in der Hand gut gemacht kleiner Junge guckt die noch mal an sagt aber nichts und spielt mit seinem Bruder Klötze es dauert was und dein Bruder fällt irgendwann auch fallen ihm die Augen zu und schläft schon auf diesem Spielteppich ein während du immer noch die Verbesserungen an der Zugbrücke herumbaust und A7 mit verschränkten Armen und wie der über die Schulter schaut so mein Bruder schieb ihn tatsächlich nur ein bisschen von den Klotzen weg damit ich in der Ecke wo er dran gerade liegt so noch ein bisschen was ändern kann und ja ist sehr konzentriert und überlegt und aber immer mal wieder sieht man so seinen Kopf dass er mal hört oder mal guckt ob noch irgendwas ist dann du wissen dein Vater dich nicht wegschicken weil du nicht große taten tun kannst was so gut gehandelt unten ich wollte helfen ich hatte nen Schwert weiß ich gesehen du trotzdem Schwert hier ziemlich unvorsichtig wegschmeißen du aufpassen auf Schwert aber aber ich darf ja nicht helfen du geholfen dass dein Bruder einschlafen das kann ja ganz toll alleine aus Land wo ich her komme da immer wichtig zu sehen wenn kleine Menschen kleine Männer großes Schicksal bevorsteht glaubst du ich hab ein großes Schicksal oder mein Bruder du stark lass ich sehen klar ich konnte das große Schwert aus der Eingangshalle konnte ich nehmen der Gott gefällige ist immer stark du bist komisch warum du nutzt komische Wörter die sonst ja keiner nutzt und du hast einen lustigen Dialekt kannst unsere Sprache nicht richtig ich übe noch kommen von weit her guckt so ein bisschen riecht so ein bisschen weiß ich nicht so überlegenen Blick oder so schätzt ihn so von oben nach unten ab wenn du besser sprechen lernen möchtest vielleicht nehme ich mir mal Zeit du bist ein guter Kämpfer vielleicht ich übe mit dir Sprache okay wenn du mir das mit dem Schwert beibringst dann du aber auch jede Übung machen musst die ich vorschlagen du aber auch abgemacht kommt so hin so ein bisschen mit stolz geschwellter Brust und reicht ihm so die Hand reicht dir die Hand okay wollen beginnen mit Sprache ich erzähle Geschichte und du sagen ob vernünftig gesprochen okay ich höre erstmal zu und sage dir im Anschluss was besser gemacht werden kann setz dich so auf den Teppich und guck ihn erwartungsvoll an gut dann ich erzähle Geschichte von alte Väter von mir mein Vater erzählen mir sein Vater erzählen ihm dessen Vater erzählen ihm und so weiter nun ich erzähle dir obwohl du nicht sohn von mir dann ist die Geschichte aber sehr alt sehr alte Geschichte hast du Söhne nein warum nicht der gotteine hat mich nicht gesegnet mit Nachwuchs hier gibt schöne Frauen aber erzähl die Geschichte ich helfe dir vielleicht mit einer Frau er lächelt einst so es heißt lag in Wüste ein Oase namens Gianna große Stadt der Gine Legenden sagen Zahl ihrer Säulen sei Legion und sie wird gestützt neun mal neun Paläste Sie ward vor Äonen gebaut von Djinnen diese hatten den Sand geformt zu Mauern und das Wasser war wie Springbrunnen in der Oase die Djinnen konnten bändigen das Wasser und die Palmen und die Sträucher formten sie zu wunderschönen Gärten und die Hitze in der Wüste nutzten sie um Ziegel zu brennen und der Wind in der Wüste polierten die Mauern mit seiner Kühle All das konnten die Djinnen nur mit der Kraft ihres Geistes und sie erdachten sich Straßen und Türme und Häuser und dennoch so mächtig diese Djinnen auch waren und so toll und groß und prachtvoll die Stadt war lange noch bevor ein Recht Gläubiger meines Volkes einen Fuß auf den Wüstensatz der Kom setzen konnte fiel diese Stadt niemals fand jemand meines Volkes irgendeine Normade oder anderer Wüstenreiter eine Spur dieser Stadt selbst wenn die Hufe der Kamele jedes Körnchen des Sandes in der Kom umdrehen würden würde niemals jemand die prächtige Stadt und ihre Überreste finden es heißt die Stadt verbirgt sich im Sand aber sie erhebt sich zu bestimmten Zeiten dann kann man sie sehen und finden aber nur ein reines Kind der stupste so auf die Nase geboren an einem hohen Feiertag des Gottes Rastula nur dieses reine Kind kann stattfinden so das Märchen von meinem Vater Wer ist denn dieser Rastula und wann hat der Geburtstag nicht gut erzählt nicht schlecht gar nicht schlecht aber viel Unsinn mit drin Du sagst ja also sind deine Djinn ist das ein Wort bei euch für Götter nein es gibt nur einen Gott nein es gibt zwölf das habe ich schon gelernt du flunkerst das was ihr die Zwölfe nennt sind die Stellvertreter des Alleinen Stellvertreter das habe ich anders gelernt ja ihr kennt den einen nicht ok und was macht den so besonders er hat sich meinem Volk offenbart in der Wüste er ist der Ursprung und der Anfang alles selbst der den ihr die Zwölfe nennt aber ich möchte da nicht streiten denn ich bin gebunden mit Eid an deinen Vater warum er mir retten das Leben war ok das ist nett auf reise er war auf Kriegsreise zu uns ins Land gezogen vor viele jahre und als wiederkommen er mich mitnehmen ich geschworen bei ihm zu bleiben und ihn zu schützen aber mein Papa ist stark der kann sich selber schützen weiß aber du hast das macht deine Aufgabe nur schwieriger ich glaube das kriegst du gut hin ich meine du hast ja heute geholfen und ich denke ich denke das ist auch bestimmt gut in der Schuld wenn du wenn du seinen Kindern und seiner Frau und seiner Familie hilfst weise kleiner Mann der gottgefällige denkt immer genau über seine Taten nach aber aber wie ist denn diese Stadt untergegangen und hat die Stadt einen Namen ja die Stadt hat einen Namen Dianna das hast am Anfang gesagt stimmt aber ich dachte das wäre die Oase ich dachte die Stadt ist nochmal anders was ist eine Oase Oase ist ein fruchtbarer Grund in der Wüste wir haben doch nur fruchtbaren Grund hier hier nicht wegen der Wüste was ist eine Wüste ein Ort in dem es sehr heiß und sehr sandig ist Sand haben wir nicht so viel aber im Sommer ist es auch schon mal heiß viel heißer als im Sommer und da lebst du freiwillig dort war eine Heimat in einer der Oasen dort bist du deswegen so schwarz weil du so lange in der Sonne bist das Brot wird auch immer zu schwarz wenn es so lange im Ofen ist vielleicht vielleicht hat der alle eine aber auch nur gedacht ich muss besonders aussehen damit der kleine Mann besser auf mich hört und er grinst du siehst auf jeden Fall gefährlicher aus so er knurte kurz und muss dann aber auch ein bisschen grinsen nun ich glaube du bist gar nicht so gefährlich wie du immer tut nein bin ich nicht aber du kannst toll mit dem Schwert umgehen ganz anders wie Papa ich dir bringen bei aber dafür du schlafen gehen musst damit du ausgeruht bist morgen aber ich bin gar nicht müde das erste Aufgabe schaffe schlaf damit ausruhen dreht sich um guckst du auf seinen Bruder der auf den Boden pennt schnarcht laut hilfst du mir ihn ins Bett zu bringen wenn er auf dem Boden steht dann ist der morgen so unleidlich ich helfe ich nehme die Arme du die Beine abgemacht ja ich hilf mir einen ab er trägt ihn mehr als du aber lässt dich in dem glauben dass du ganz viel geholfen hast wursartig ja und dann werde ich auch tatsächlich ins Bett gegangen aber du weckst nicht wenn du Hilfe brauchst ich wecke okay ich glaube ich vertraue dir zumindest was das Wecken angeht und dieses ist die Grundlage dafür dass der kleine Lumin sehr viel Zeit mit Asim verbringt sehr viel Zeit manchmal zum Leidwesen seines Bruders und seines Vaters denn Asim hat einige merkwürdige Ansichten die wie Lumin ja schon herausgefunden hat nicht zu dem passen was dein Vater und was die Familie sonst so von sich gibt und von sich denkt aber Asim ist nett und eigentlich redet Asim auch fast nur mit Lumin mit seinem Vater aber Lumin hat das Gefühl dass er ausführlicher mit ihm redet ja also er kommt also mit Asim also mal abgesehen also am Anfang also Lumin versucht natürlich ihm so ein bisschen die Sprache besser beizubringen was jetzt bei einem Fünfjährigen wahrscheinlich noch nicht so weitförderlich ist aber zumindest er hat die Kampfkunst von Asim und klein angefangen bis es immer mehr wird und der Kampf die sich irgendwann deutlich von dem seines Bruders und seines Vaters irgendwann unterscheiden wird und so springen wir ein paar Jährchen in die Zukunft 1030 nach Bosporans Fall zehn Jahre später Numin ist inzwischen 15 Sommer alt und die Auseinandersetzung zwischen Vater und Bruder ist gewachsen dein Bruder ist und bleibt der Liebling deines Vaters obwohl dein Bruder nicht die Grafinesse nicht die Ausdauer nicht die Stärke seines Vaters und schon gar nicht von dir hat wird er immer bevorzugt er darf zuerst auf die Kriegerakademie während dein Vater für dich das nicht das Bauern-Dasein aber das Dasein auf der Burg vorgezogen hat eine lange Auseinandersetzung hat es gegeben am Abend vorher als dein Bruder aufgebrochen ist zur Kriegerakademie nach Tralop du dürftest nicht du wärst nicht reif genug du wärst zu jung vor allen Dingen hättest du zu viel Flausen im Kopf würdest die Familie nicht anständig vertreten du solltest viel lieber Schriftgelehrter werden hier leicht leicht so ganz vielleicht so sagt dein Vater hat irgendwann einmal ein Rondra geweihter ein Einsehen und nimmt dich mit in ein Kloster dass du dort Kampf lernen darfst ich will in kein Kloster ich Welt sehen und die Kriegerakademie ist ein Schritt dahin und nenn mir einen Grund einen vernünftigen Grund warum ich nicht auch in die Kriegerakademie kann ich kann schon gut kämpfen ich würde dir keine Schande bereiten du bist noch nicht reif genug um ihn werde ich das denn jemals in deinen Augen würde dann wahrscheinlich auch irgendwie raus starzen und die Tür hinter mir zu knallen hinter der Tür an der Seite wartet Asim mit verschränkten Armen und einem Bein so gegen die Wand gelehnt er würde tatsächlich nicht stehen also er wird kurz überrascht sein dass Asim da steht ihn halt immer noch mit finsterer Miene anschauen und dann einfach weiter gehen Lumin war es Entschuldigung Art wird einmal tief durch war es Asim du recht sagt es meinem Vater nicht mir oh ich sage dein Vater vielleicht das Problem das ist dann hört er auf dich genauso wenig wie auf mich diese alte sture Narn seit deine Geschwister geboren sind dein Vater merkwürdig geworden ja aber ich verstehe auch nicht warum ich meine ich freue mich ja für meine Eltern dass sie nochmal Nachwuchs gekriegt haben er denken du komisch ich bin komisch ja du genauso wie Asim ich also also wir sind ja schon sehr unterschiedlich Asim dunkle Haut Rumin helles Haar ja meine Haare sind halt heller als die von meinem Bruder ja das lässt dein Vater zweifeln woran denn zweifeln an deiner Vertretbarkeit für die Familie nur weil ich andere Haare habe das ist ein Blödsinn ich sagte bereits dein Vater hat merkwürdige Ansichten er wird immer eng stören von Jahr zu Jahr vielleicht das auch zu tun hat mit den Rittern die hier waren ja die waren ziemlich düster ich glaube ein Bohrenzeichen war drauf das gebrochene Rat ja aber was die hier wollten habe ich noch nicht herausgekriegt hast du was mitbekommen dein Vater mich nicht einweihen und der Gottgefällige fragt nicht nach sondern versucht selbst herauszufinden aber wenn man selber herausfindet indem man nachfragt ja ich weiß sei nicht so spitzfindig schlaue Vorstellung ich frage mal ich glaube ich glaube ich frage mal Haldan vielleicht hat der was mitgekriegt ich denke mal zumindest die Pferde von denen mussten beschlagen werden möchtest du dass ich dich begleite du bestehst willkommen Haldan noch einen einen Auftrag von mir zu erledigen hat vielleicht eher fertig schon ach so ja dann komm halt mit und so geht er hinunter ins Dorf zu Haldan dem besten Freund von Lumin und was macht er so der Haldan ja was macht er Haldan so Haldan ist ja ein Dorfbursche jetzt nicht sonderlich also nicht sonderlich auf den Kopf gefallen aber ist halt der Sohn des Schmieds und ein kleiner Witzbold zumindest hat er ganz gerne irgendwie mal den ein oder anderen Spruch auf den Lippen je besser oder gut gelaunt er ist desto schlimmer wird es teilweise ist aber schwer körperlich am Arbeiten dementsprechend ist er auf jeden Fall auch einer der kräftigen und ja Lumin versteht sich halt mit ihm sehr gut und haben halt auch schon viel ausgeheckt und ja deswegen sind sie quasi ja im Prinzip sein bester Freund wo ist also ich gehe auf diese auf diese Schmiede zu die im Dorf ist wo man es wahrscheinlich auch schon klingen hört wo man es eigentlich immer irgendwie Arbeit zu tun ist und wenn es irgendwelche Werkzeuge reparieren irgendwelche Pferde zu beschlagen irgendwelches Werkzeug für die Feldarbeit oder sowas nachzubessern ist der hat eigentlich immer gut zu tun ja kommt nähert euch seht dann nicht sofort Haldan sondern eher seine Mutter die breitschultrige Frau die gerade dabei ist ein Pferd zu beschlagen und daher auch die die Hammerschläge kamen die ihr so zu hören habt immer wieder das Hufeisen anpassen muss aber es nicht vernünftig passt gerade Hallo Frau Ogdern Hallo Frau Ogdern Numi du suchst bestimmt Haldan sie können Gedanken lesen wie immer er ist hinten okay und würde halt durchstopfen Ingram zum Große Asim nickt Lumin wird noch ein bisschen grinsen und so Asim gucken sie meint das gar nicht so auf Tullamidisch allerdings hast du inzwischen von ihm gelernt er grinst versucht deutlich die Frau nicht anzusehen und läuft dann mit dir in den hinteren Bereich des Hauses ich würde mal rufen Haldan wo treibst du dich rum ein etwas dreckig aussehender Junge kommt sofort um die Ecke gebogen und fällt dir in die Arme wow Alter wie geht's dir mir geht's hervorragend hervorragend ich musste die Pferde nicht beschlagen das hat Mama gemacht hast du denn irgendwas mitgekriegt ich hab gehört es waren irgendwelche Leute heute da die mit dem Bohrensrad gekennzeichnet waren kamen die irgendwie aus dem aus der Stadt oder so hast du was mitgekriegt das war ein Ritter im Namen Bohrens ja und engartige Gesellen sag ich dir die haben kaum geredet war mit ich bin extra in die Taverne gegangen als die da sich niedergelassen haben aber die haben kein Wort mit mir geredet nicht mal als ich gesagt hab ob sie eine Geschichte hören wollen oder erzählen wollen oder so das ist ja okay aber Bohren ist ja glaube ich auch irgendwie nicht so gerade der der rätseligste Gott oder so ich glaube das ist ja irgendwie was mit also was mit Tod und Schlaf zu tun hat das kann ja da kann ja reden nicht viel drin sein ja die anderen Geweihten oder Kirchenanhänger die hier durchs Dorf gekommen sind bisher die waren alle viel viel rätseliger auf jeden Fall aber du hast nichts mitgekriegt nichts Leuten hören oder so ich weiß nur dass die oben bei euch im Anwesen waren ja aber ich hab auch nichts mitgekriegt ihr sagt die haben nicht geredet ich krieg das schon irgendwie raus sind die denn noch da hast du das mit guckst du auch zu 2A7 weißt du ob die schon weg sind die sind noch äh hier in der Taiwan im Moment so weit ich weiß hm sie suchen glaube ich irgendwen ha vielleicht kann ich beim suchen helfen und krieg so ein leicht verschmitztes Grinsen im Gesicht dann musst du erstmal rauskriegen aus ihnen wen sie suchen und dazu wirst du sie zum Reden bringen hm ich ich krieg das hin denke ich vielleicht kannst du mir helfen Haldan Azim Haldan Azim hat irgendwie noch ne Aufgabe für dich bist du damit fertig also äh ja doch ich hab das ähm doch ja mhm hier das Schmuckstück was du mal haben wolltest ein Schmuckstück guckt so Azim ein Schmuckstück er grinst für wen ist das denn hm ich noch brauche ein Geburtstagsgeschenk für deinen Vater und ich hab gehofft letztendlich eine Frau gefunden nein erst wenn ich meine Aufgabe mit deinem Vater erledigt habe ich suche eine Frau was war denn mit Hilda nichts ich weiß aber dass sie auf dich steht ja aber sie ist ungläubig ja das Problem wirst du aber überall hier haben du siehst mein Problem daher ich warte bis meine Aufgabe erledigt das heißt wir müssen irgendwie eine Situation hervorrufen wo du meinem Vater das Leben retten kannst untersteh dich so etwas zu tun schlechter Witz man betrügt nicht das Schicksal das einem der alle eine auferlegt hat du hast recht wie so häufig ähm okay dann ich unser Lumin guckt mal auf dieses Schmuckstück und äh ist natürlich auch neugierig ja es ist irgendwie ein aus Bronze geschmiedetes Symbol der Rondra mhm halte dann hast du das selber gemacht ja du wirst ja langsam richtig gut in dem was du tust ja das ist meint meine Mutter auch ich krieg nur die groben und großen Arbeiten nicht so hin so kleines Zeug krieg ich richtig gut hin dann solltest du vielleicht irgendwie Schmuckspied werden oder sowas aber ich glaub da ist nicht so viel Abnahme hier ja dann müsste ich aus dem Dorf weg aber ist doch gut wir hatten ja eh schon drüber gesprochen und ich versuche ja auch irgendwie jede Gelegenheit zu machen um mal ein bisschen die Welt zu sehen dann gehen wir einfach zusammen los hat dein Vater überhaupt zugestimmt dass du zur Kriegerakademie darfst fang doch damit nicht an ja mein Bruder ist jetzt unterwegs zur Kriegerakademie aber nein ich bin noch nicht reif genug ich repräsentiere die Familie nicht gut genug alter sturer Narr ich glaub ich seh uns schnell hier beide hier versauern ich als Grobschmied wie meine die Schmiede von meiner Mutter übernehmen und du verschimmelst für immer da oben auf dem Anwesen und darfst irgendwelche Bücher kopieren oder so oh bitte nicht oh bitte nicht Rinder zählen vorher hau ich ab ich nehm mir irgendwie ein Pferd oder sowas und 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 der Gottgefällige lässt seine Familie niemals im Stich lühen ja ich weiß aber was soll ich denn machen ich kann doch nicht du erzählst mir immer die ganzen tollen Geschichten von der Welt da draußen und was da alles für Wunder und für Sachen passieren und dann soll ich hier bei meiner Familie bleiben wenn ich so will der Gottgefällige übt sich in Geduld vielleicht siehst du manchmal mehr in mir als ich in mich der Gottgefällige ist weitsichtig gut versuchen wir weitsichtig zu sein und in die Taverne zu gehen und zu schauen ob wir rausfinden was die hier wollen sie scheinen irgendwie zu suchen warum auch immer meinen Vater glaube ich nicht weil der ist normalerweise leicht zu finden außerdem waren die doch bei dem eben so also hast du Zeit dann kommst du mit sonst mach ich es alleine Mama kann ich mit Illuminen in die Taverne bitte bitte kein Pferdocker bestimmt nicht dann schon sie hat nix von Wein gesagt nein hat sie nicht und ja geht mit Heil dann kommt Azim auch mit Azim kommt mit ja dann gehen wir zilbritt in die Taverne ich sperre die Tür auf und sagt hallo zusammen ja eigenartige Stimmung in der Taverne denn an dem großen Tisch wo sonst immer die Party abgeht wo der Stammtisch eigentlich ist sitzen nun ganz viele in schwarz und weiß gerüstete schweigende Männer und Frauen okay dann komm ich so rein hallo zusammen und oh ähm alle drehen alle ihre Köpfe zu dir rüber ich winke so ein bisschen zurück so hi äh woran zum Gruße und nick ein wenig Richtung Tisch der stillen Gesellschaft alle nicken in Zeitlupe aber dafür synchron zurück die sind gruselig mormelig zu zu haldern die haben übrigens alle kahl rasierte Schädel und alle so ihre Augen so ein bisschen äh schwarz geschminkt okay sehen sehr merkwürdig fast alle gleich aus äh okay ich guck kurz und orientier mich dann aber um und geh dann erstmal zum Tresen ja der ähm schlanke Wirt steht hinter dem Tresen und schaut dich freudestrahlend an ah endlich ein Kunde hallo Oskar wie geht's dir ähm hervorragend hervorragend äh ein Fairdocker nein kein Fairdocker aber ein Wein würden wir nehmen ein Wein ja kannst du dir das leisten hallo weißt du wem der ganze das ganze hier gehört ähm schaut so zu A7 rüber A7 legt so legt so ein paar Münzen auf den Tisch ähm gut einen roten Wein oder einen oder einen weißen er guckt so ein bisschen Fragen zu halten roten äh du bist gemutet glaube ich oder kommt sofort und äh und äh guckt dann den Wirt an und sagen sag mal was weißt du über die neue Kundschaft äh das sind irgendwelche Krieger im Auftrag des guten Gottes ja ja so weit weiß ich auch weißt du also die sollen angeblich jemanden suchen weißt du wen die Fragen irgendwie Auffälle nach Auffälligkeiten auf dem Borons Anger die ganze Zeit Auffälligkeiten auf dem Borons Anger ja sie sagten irgendwie werden sie gerufen worden weil auf dem Borons Anger irgendwelche Sachen vor sich gehen ich guck so Fragen da Simon zuck mit den Schultern guck Fragen teile danach dir das nicht gehört nein ich hab davon nichts gehört die alte Ilse ist doch verschwunden auf dem Borons Anger die alte Ilse ach die immer mit dem mit dem mit dem Korb von Brot oder so die immer jeden die Korb Brot Ilse jawohl die ist wahrscheinlich weiß ich die war ja schon besuchte immer ihren Mann auf dem Borons Anger ist ja an der Keuche gestorben weißt du noch ja war unschöne Zeit immer zur selben Zeit und danach kam sie in die Taverne aber da ist sie nie wieder angekommen vor allem war unten ist sie vielleicht irgendwie auf den Weg gestürzt oder sowas die war ja schon dann hat sie nicht gefunden sagt man die nicht die muss doch das ist wirklich seltsam an das an die Trallos gemeldet genau wir wussten nicht dass sie Interesse an der Brotkorb Ilse hat naja wenn plötzlich Leute hier verschwinden oder so wäre das ja mal interessant zu erfahren keine Ahnung der Bäcker hat nach den nach der Bohr nach dem Bohr Gewalten gerufen und der hat sich das Ding wo angeguckt und jetzt ein paar Monate später kommen die da anscheinend Numin dreht sich so ein bisschen mit dem Rücken zum Tresen und schaut auf diese illustre Runde schaut sie so ein bisschen einschätzend an guckt so A7 manchmal ist Angriff die beste Verteidigung richtig und würde dann auf den Tisch zu gehen und guten Tag zusammen würde es dich stören wenn ich mich kurz zu ihn setze ja mein Name ist Lumin ich gehöre das würde uns stören ok direkt und ehrlich gefällt mir ihr seid ihr habt gefragt wegen also Lumin setzt sich dann tatsächlich nicht bleibt aber stehen ihr seid wegen einer verschwundenen Person um woran aga hier in nicken folgt schon was herausgefunden nickt nickt und etwas wobei ich oder meine Familie helfen kann ich gehöre zu den von Tralus beziehungsweise bin der Sohn des Herrn dein Vater hat uns schon geholfen wisst ihr was mit der Frau passiert ist ja und sie ist auf unserem Wagen sie ist tot auf unserem Wagen ich gucke mal so raus gibt es ein Fenster das ist ein großer schwarzer Wagen vor der Taverne mit einem großen Boronsrad und stilisierten Schwingen okay ist der zu kann man da reingucken oder kann man da drauf gucken ein paar Gitter dran aber sonst ist der Wagen zu warum ist sie da weil wir sie da reingetan haben aber ihr könnt ja nicht einfach Dorfbewohner von uns mitnehmen wenn sie dem Herrn Boron fräfeln schon in wie fern soll denn die Brotkopp die Dame den Herrn Boron fräfelt haben das musst du uns ja schon überlassen vielleicht auch nicht weil sie unter der Verantwortung meiner Familie liegt es ist alles mit deinem Vater besprochen meine Augen werden ein bisschen schmaler okay ist das so ja gut müssen wir uns irgendwelche Gedanken machen dass ihr noch mehr Leute mitnehmen wollt wir suchen noch den mit dem sie zusammen war jetzt überlege ich gerade sieht man sie oft sie läuft doch eigentlich immer alleine ja seit ihr Mann gestorben ist schon seit ihr Mann gestorben ist ist sie alleine und geht auch immer alleine zum Brunsanger mit wem sollte sie denn zusammen sein das versuchen wir aus ihr raus zu bekommen aber dafür müssen wir sie zurück ins Kloster bringen ja läuft hier jemand gefährliches rum vermutlich lass mich raten mein Vater weiß schon Bescheid und korrekt wird sich drum kümmern ganz hervorragend gut danke für das informative Gespräch und würde rausgehen ein nicken folgt und stellen sie das ein paar deppen ja aber sie ist da drin mal gucken auf jeden fall ich gehe raus aufpassen natürlich kennst mich doch deswegen ich sage ja ich gehe raus an diesen wagen schauen wir den wagen erstmal an es sieht wie so ein bisschen gefängnis wagen aus oder genau richtig ilse so in der nähe eines gitters keine reaktion ich guck mal so kann ich irgendwie so ein bisschen reingucken oder sind die schatten dafür zu dann müsstest du nach oben klettern weil die ist ziemlich hoch auf dem wagen drauf und dann kannst du irgendwie die gitter gucken ich guck mal so Richtung taverne und richtung wagen und würde mal auf die andere seite des wagens gehen dass man quasi von der taverne nicht uns an dem wagen rumstromern sieht oder maximal unsere füße die unten drunter durchblicken ilse bist du da boah die war schon immer taub ne ilse schaffst es irgendwann dann durch die gitter zu gucken und gerade in dem moment in dem du dich dann dran hoch ziehst und einen blick in das innere des wagens zu werfen und von der anderen seite ein eingefallenes ziemlich kränklich aussehendes Gesicht von der brotkorb ilse irgendwie mit einer rasenden Geschwindigkeit an die gitterstäbe gepocht und schlägt da so gegen aus Schreck würde ich wahrscheinlich mich irgendwie ein bisschen zurückschubsen und den Halt verlieren und dann geradewegs mit dem Rücken auf den Boden knallen Asim fängt dich auf danke Asim ein Fauchen kommt vom Magen her was zum das ist das ist das ist nicht ilse was auch immer es ist es hat nicht mehr viel menschliches das so aussehen wie was Asim na dieser Vampire ich habe doch nie einen gesehen du hast schon mal einen gesehen ich habe davon gehört dass es welche geben soll die Plage vor zehn Jahren vor 20 Jahren als du geboren wurdest 15 Jahren 15 Jahren als du geboren wurdest wie gesagt ich habe ich habe Geschichten gehört dein Vater und ich viele davon gejagt okay ähm was 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 müssen wir über die wissen also ich meine wenn einer noch hier rumläuft ilse nicht immer einer dieser wesen gewesen nein das hätten wir gemerkt also denke ich und die äh also die 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 Leute haben ja gesagt dass sie noch denjenigen suchen der bei ihr war wir hoffen dass sie ihn finden ja aber wir sollten auch ja ja ich gehe nochmal zwei Schritte davon weg wir sollten aber auch selber Maßnahmen ergreifen ähm also erzähl uns alles was du darüber weißt vielleicht ja vielleicht können wir uns selber auf suche machen diese wesen verflucht vom alleinen nachvollziehbar ich fände die wahrscheinlich auch nicht so toll sie benötigen blut um zu überleben das blut der lebenden okay das heißt schwer zu töten meistens mit geweihtes waffen ich habe keine geweihten waffen ich auch nicht aber vielleicht besagt vater welche wenn er jetzt davon weiß vielleicht er deswegen die boron eingeladen boron kirche eingeladen hierher ich muss ich frage mal meinen bruder aber der ist ein trallop vielleicht jetzt ach das stimmt der her durfte ja zur kriege akademie dank aus wem können ich noch informationen raus kreuzeln mein vater ist immer wie ein fels was das angeht vielleicht deine mutter naheliegend mal schauen ob er ihr was erzählt hat du bist wieder gemutet dein vater auf jeden fall mir nichts davon erzählen ja aber wir haben ja schon eher festgestellt dass wir beide mehr zusammen gemeinsam haben als du mein vater dreht sich zusammen einen freund um macht auf jeden fall verriegelt auf jeden fall die nacht irgendwie wenn ihr schlaft türen und fenster vorsicht halber machen wir und weiß ich nicht home erzählen ist vielleicht nicht so clever aber sag auf jeden fall leuten bescheid dass die in der nacht ein bisschen vorsichtiger sein sollen also auf jeden fall wenn die schlafen jeder der bei uns irgendwie rufe oder so dem hätte ich bescheid sagen und wenn wenn irgendwelche fremden leute da sind vielleicht auch mal eher im auge behalten klar und bescheid sagen da war dieser komische fremde vor zwei drei tagen also bevor er verschwunden ist jetzt wo du das sagst wie sah der aus das ist doch dieser dieser kerl der bei euch oben in der backstube jetzt arbeitet der arbeitet oben in der backstube da ist ein neuer ja 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 den meine ich dieser hagere typ mit der glatze ja ähm dem sollten wir vielleicht noch auf dem zahn fühlen das ist der einzige fremde der in den letzten monaten hier war aber die haben mit meinem vater gesprochen das werden die ja wahrscheinlich auch wissen ja oder mein wobei mein vater kümmert sich auch nicht um neuanstellungen guckt so richtung taverne und richtung seinem ja wer kümmert sich denn darum um die neuanstellung deine mutter eigentlich eher meine mutter ja ähm dann müssen wir sie fragen los ja komm ähm hat noch so einen blick so richtung so ein taverne so nach dem motto so okay vielleicht sage ich denen bescheid und dann kommt der kollege aber und sagt komm wir müssen fragen und dann lasse ich mich mitziehen zum ich glaube der war norbade oder so wir schauen wir sollten vielleicht vorher ich hole mein schwert vorher man weiß ja nie und ja würde halt mit ihm und A7 auf die Burg in mein Zimmer mein schwert anlegen und dann mal meine Mutter aufsuchen ja findest du sie in einem Schreibzimmer am Schreibtisch sitzen ich komm geht tatsächlich rein ohne anzuklopfen äh Mutter ah du was kann ich für dich tun ähm hast du dich äh abgeregt äh was ach so ja ja ähm halbwegs auch wenn ich es immer noch egal egal ähm wir haben eine Neueinstellung richtig im in der Bäckerschube richtig ja mhm was ist das für ein Typ ein Durchreisender er meinte er bräuchte für ein paar Monate Arbeit und wir brauchen ja einen neuen Bäcker also weil der äh ähm Alrik ja nun krank ist ne seine Hand ja weißt du weißt auch dass dass er da immer Probleme hatte ja ähm äh hast du von der Brotkorbdiesel gehört nein was ist damit äh die haben die hast du von hast du die Boran Leute mitgekriegt die äh hier waren und mit Vater gesprochen haben ja 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 haben ziemlich ausführlich mit ihm gesprochen ja und ähm weiß er denn von der Einstellung von dem Fremden sollte ich ihm erzählen dass wir einen neuen Bäcker haben verdammt weil wir wahrscheinlich Vampire hier in der Gegend rum laufen haben sie spuckt so ein bisschen von ihrem Getränk aus das sie gerade getrunken hat was ja Brotkorbdiesel ist jetzt wohl einer von denen deswegen auch in dem Wagen und in dem Gefängniswagen den die Boran Leute mitgenommen haben du redest den in Rätseln hast du das wieder von A7 red doch mal klar es kommen Ritter des Boran hierhin oder vielleicht auch Gewalte ich weiß es nicht alle mit Glatzen und Liedstrich oder sowas die reden mit Vater ja 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 so und die haben diese gesucht die ist verschwunden und haben sie gefunden und sie sieht nicht mehr wirklich menschlich aus sie ist in dem Wagen eingesperrt und die Leute suchen halt den der mit ihr gegangen ist oder der sie zu dem gemacht hat was auch immer sie jetzt ist wahrscheinlich ein Vampir und der einzige Fremde laut ist dieser Typ den du eingestellt hast das äh das kann irgendwie nicht sein wieso kann das nicht sein das passt zeitlich perfekt zusammen ja weil das normal ist ja aber das sollten wir doch vielleicht die bohren geweihten klären lassen äh schon verdammt ist gerade was ist gerade der backt gerade Brötchen in der Backstube zusammen mit deinen Geschwistern wir müssen da runter ja geh runter asim ja ich geh runter und in der Backstube angekommen sieht Lumin dann tatsächlich das was er schon gedacht hat denn nicht dieser komische glatzköpfige Mann ist über die deine jungen jungen geschwister gebeugt die Tür betretet dann kriegt Lumin nur große Augen und er fällt den Typen sofort an lass die Ende von meinen schwersten geschwistern ich habe nichts getan und zieht so irgendwie die Hand so aus dem Blick fällt dreht sich so ganz leicht rum die Klinge ist ungefähr genau unter seiner Nase was soll das junger Mann was hast du mit ihm gemacht und ich habe Brot mit ihnen gebacken deine Zwillingsgeschwister stehen da irgendwie wie angewurzelt und gucken ihn so mit großen Augen an was hast du in der Hand und ganz langsam mein Freund nichts dann zeig sie her warum willst du wirklich noch Fragen stellen du solltest tun was junger Mann sagt sie zieht so die Hand vor das sehe ich nix drin umdrehen dreht sich um und er nimmt so ein bisschen von seiner Jacke mit der Schwertspitze und stößt ihn so ein Holzbalken dass er quasi so ein bisschen da fest gepinnt ist bewegt dich einen Schritt und die klinge schneller an deinem Hals als du arm sagen kannst und er tastet ihn so ein bisschen wo er auch immer hingesteckt hat oder schaut mal ob irgendwas hat runterfallen lassen oder so findest tatsächlich nichts was soll das Ganze hier das weiß ich noch nicht aber du kommst jetzt mit ganz ganz bestimmt nicht ich muss noch die Brötchen fertig machen weißt du wer ich bin ja dann kommst du jetzt mit weißt du ich muss ganz dringend hierbleiben und er schaut dich so mit den Augen an und du denkst dir so in deinem Kopf so ah ja der muss eigentlich hierbleiben okay aus den so mit großen Augen an wie angewurzelt ja dann dann und zieht das Schwert so raus dann was wohl muss du bist wieder gemutet du siehst noch so aus dem Augenwinkel wie der der Krummsäbel von A7 so an deinem Kopf vorbeigeht und den und diesen Typen trifft du wolltest dein Kopf sagt irgendwie das geht das stimmt alles was aber dein Körper will sich einfach gerade nicht bewegen okay und dann siehst du so aus den Augen also dass der Typ so aus deinem Blickfeld rausläuft also der ist voll getroffen worden von dem Säbel okay so in die Schulter aber es scheint ihm irgendwie groß nichts auszumachen denn dann geht er so aus deinem Augenwinkel raus und du wehrst dich so innerlich gegen diese Paralyse du kannst dich aber erstmal nicht bewegen und es dauert eine Zeit lang bis du dann deinen Kopf rumrücken siehst und dann siehst du nur A7 auf dem Boden liegen ich ziehe mein Schwert aus diesem Holzpfosten obwohl beziehungsweise den habe ich ja schon wieder zurückgeschrieben hast du noch eine Hand schau mich kurz um lauf zu A7 A7 wo ist der hin er ist nicht mehr bei Bewusstsein wo ist der hin kann der nicht antworten er ist nicht bei Bewusstsein nein aber ich gucke ja hold an meine Mutter meine Geschwister die stehen da nur mit großen Augen und schauen ins nichts wo verdammt höre ich irgendwas das ist eine laute Schritte vom Flur ja ich renne hinterher zu ihm dann noch laufen steckt mir quasi noch ein Dolch mit ein den A7 bestimmt am Dingens hat und renne ihm hinterher so schnell meine Beine mich tragen und rufe wachen kannst du ihn auch stellen weil du schneller bist und irgendwie eine Abkürzung nimmst durch einen Seitengang er versucht halt rauszulaufen aber du kennst dich besser aus ich würde mit vollem Körpereinsatz würde ich ihn versuchen wegzurammen und von den Beinen zu holen stößt als würdest du gegen eine Wand rennen gegen ihn gegen und siehst dann auch aus dem Nahen dass diese riesige Wunde an seiner Brust irgendwie da ist halt die er hat die Kleidung total zerschnitten und die Wunde schließt sich gerade okay dann du Kreatur des Namenlosen und mein Schwert saust auf ihn herunter er blöst so Vampir-Funk-Zähne ja und quasi durchs Gesicht würde ich versuchen mein Schwert irgendwie zu ziehen gelingt dir ohne Probleme der wehrt sich gar nicht erst und das Schwert zieht sich so quer über sein Gesicht und die Wunde heilt instant okay dann reiß ich so die Augen auf und bin der erstmal kurz verdutzt so nicht dann dann versuchen wir es anders dann holt er mit der mit der Hand aus und schlägt mit voller Wucht hier gegen den Brustkorb so dass du gerade noch so vielleicht den den Dolch nach vorne ziehen kannst den du von Asim geholt hast und eben den Dolch quasi in den Schlag rammst wie du es von Asim gelernt hast so ein verteidigender Angriff quasi und dass das einzige ist was so was so den Angriff irgendwie abmildert du merkst die Wucht die dahinter steckt und wenn er dich getroffen hätte hätte er dir voll quasi die Rippen gebrochen wahrscheinlich oder so jetzt vibriert es so in deinem in dem Dolcharm das nimmt aber deutlich Wucht aus dem Schlag und du taumelst nur so zurück und er hat halt den Dolch halt jetzt so mitten in der in der Handfläche stecken reißt den Arm zur Seite und damit hast du dann auch den Dolch verloren aber du hast das Schwert ja noch ja ja ich versuche ich hole erstmal kurz Luft was für Wachen rufe ich nochmal und versuche nochmal einen angetäuschten Schlag gegen ihn und zwar versuche ich ihn so ein bisschen von den Beinen zu holen indem ich das Schwert quasi an dem Bein entlang gleiten lasse und damit so quasi inklusive Sehnen so ein wenig aufschnitze ja wirpelst herum um den Boden duckst dich auch weg von deinem Schlag mit der anderen Hand und in der fließenden Bewegung versuchst du ihm die Sehnen an den Beinen durchzuschneiden was dir auch gelingt er taumelt nach vorne fällt auf den fällt fällt polternd auf den Boden rappelt sich aber sofort wieder auf ich würde halt auch direkt nachsetzen weil auch von A7 habe ich gelernt ein Mann ist erst dann besiegt wenn er sich nicht mehr bewegt und um da sicher zu gehen würde ich halt quasi das das Schwert nochmal durch die Brust rammen wollen und gibt es irgendwie Fackeln oder oder Kerzenständer die an sind die irgendwie so ein bisschen in Reichweite sind die sind im hier nicht aber im Nachbarflur und du rammst ihm so das Schwert von von der Seite in den Rücken einmal quer durch und ja er rappelt sich trotzdem während das Schwert in ihm steckt noch wieder hoch jetzt hat er in der Hand den Dolchdecken im Brustkorb das Schwert und hat eigentlich durchschnittene Sehnen aber rappelt sich trotzdem wieder hoch was zum Henker bist du ich tritt nochmal gegen den Griff des Schwertes dass er quasi nochmal so ein bisschen nochmal ein bisschen ins Taumeln kommen sollte und er kommt nicht nur ins Taumeln sondern er tritt gegen das Schwert veranlasst diese scharfe Klinge sich nochmal deutlich irgendwie einen einen Weg zu bahnen quer durch den Brustkorb und hinterlässt ein riesen Loch und ja ich laufe in den Nebenraum um an Feuer zu kommen in der Hoffnung dass vielleicht sogar irgendwie eine Öllampe oder so dass ich noch Öl finde dieses Tier dieses Vieh muss ja irgendwie tot zu kriegen sein ja du kommst mit dem mit der Fackel die dort hängt zurück und schaust ihn dann an und dann richtet er so seine Hand die wo noch der Dolch drin steckt so auf dich und sofort entsteht so ein Blitz vor deinem geistigen Auge und blendet dich du siehst nur noch die Schemen wie er so auf dich zu bootet geradezu so schnell hast du es nicht irgendwie gedacht weil du hast ihm ja die Sehnen zerschnitten und außerdem hat er die riesige Bauchwunde aber der ist schnell du siehst ihn nur als Schemen weil alles sonst ist hell und weiß und glitzert vor deinen Augen ja da ich weiß dass da viel Wucht kommt würde ich hauptsächlich versuchen okay ich sehe ihn schämt ich muss mich kurz orientieren wenn ich aber noch eine Chance haben sollte würde ich halt ihm quasi die die Fackel entgegenwerfen wollen und versuchen mich wegzudrehen dass zumindest wenn er mich nur so im Teil erwischt dass die Wucht ein bisschen abgemildert wird ja du drehst dich irgendwie zur Seite weg kriegst dann nur noch die Hälfte der Wucht ab und selbst das raubt dir die Luft aus den Lungen und du musst die Fackel loslassen die auf den Boden plumpst und wirst gegen die Wand geschleudert und du hörst nur noch das Fauchen des Vampirs vor dir ich atme schwer guck nochmal nach der Fackel und hast du immer noch blind nach der Fackel du siehst nur deine Schemen irgendwie das du merkst dass das Erhitze ist deswegen irgendwie in Richtung Fackel taumeln dann siehst du wie er wie der Schemen quasi den das Schwert aus seiner Brust herauszieht und zwar vorwärts an der Schneide den Griff durch den Brustkorb zieht und dann wegwirft das ist deine Chance die Fackel hochzureißen das werde ich dann auch tun und quasi versuchen in diese also die Wunde ist jetzt nicht so groß wie die Fackel das ist mir klar aber zumindest irgendwie das als also es ist eh das Zentrum weil ich sehe noch verschwommen ja und dann versuche ich halt das Zentrum anzugreifen und nicht irgendwelche Feinheiten weil das kriege ich jetzt mit meinem momentanen Blick fällt eh nicht hin ähm und versuche ich dann einfach diese Fackeln mitten auf die Brust zu drücken mit dem brennenden Teil natürlich in der Hoffnung dass das mehr Auswirkungen hat als der Blanke Stahl reißt die Fackel so in seine Richtung nach oben Ziel ist der Brustkorb mit der Wunde allerdings hat der Schatz anscheinend kommen sehen oder seine Bewegungen sind zu langsam in deinem jetzigen Zustand äh weicht dem anscheinend mit Leichtigkeit aus und ein Hieb trifft deinen Arm und es ist noch ein lautes Knack und äh abermals musst du die Fackel fallen lassen weil die Hand mit der du es gehalten hast gerade mit einem stechenden Schmerz durchzogen wird anscheinend hat er dir gerade mit dem Hieb den Arm gebrochen achso sorry sorry also ein Schrei kommt von Dumin ähm er tönt aus seinem Mund und auch immer noch versucht er ich wollte schon immer mal adliges Blut trinken und du hast gut gekämpft Kleiner ich äh erwidere da jetzt tatsächlich keinen Spruch drauf auch wenn es ihm so ein bisschen auf den Lippen legt aber er versucht gerade den Schmerz ähm wegzuatmen den seinen Arm entfernt und versucht wieder irgendwie in Richtung Fackel zu kommen und ruft nochmal Wachen mit etwas gepresster Stimme diesmal er zieht dich so am am Schlawittchen irgendwie zur Seite und dein während dein Arm noch so nach der Fackel getastet zieht dich so äh ganz nah an sich heran und du äh hörst den Atem und äh dann äh macht er so den Kragen von dir zur Seite und dreht deinen Kopf so kriege ich irgendwas gegriffen immer noch nach der Fackel Schwert Fackel Messer irgendwas also das ist ja alles das Messer steckt das Messer steckt immer noch in seiner Hand dann würde ich den Griff des Messers greifen und das Messer einfach ohne zu sehen einfach nur ziehen einfach nur damit aufgrund des Schmerzes den der Typ hoffentlich dadurch kriegt er erstmal von mir ablässt ja es verhindert den Biss und gibt dir genug Zeit irgendwie mit der mit der tastenden Hand die Fackel zu erreichen ja ich hatte da gedacht also momentan habe ich ja im Prinzip nur eine Hand zur Verfügung genau oder kann ich den anderen Arm also du hast mit der einen Hand so nach der nach der Fackel getastet bist du am Schlammchen ja in der einen Hand tastest du am Boden nach der Fackel mit der anderen Hand ziehst du den 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 Dolch quasi aus der Wunde raus und dadurch kommt der Schmerz und zieht dich so ein bisschen nach unten dadurch hast du jetzt die Reichweite der Fackel kannst greifen dann würde ich sie greifen und dem Typen einfach so gegen den Hals oder irgendwas weil ich muss ja irgendwie versuchen von so reinzukommen weil ich ja doch relativ nah an ihm dran bin und ihm die Fackel einfach so ins Gesicht zu halten oder irgendwo an blanker Haut damit er er wuchtet er wuchtet dich natürlich noch zur Seite aus lauter Hass die Fackel hast du ergriffen willst du ihn damit irgendwie ins Gesicht stechen das Ganze resultiert dann in einem in einem Kraftmessen er versucht dich zu beißen auf dich herunter zu kommen du versuchst ihm von unten die Fackel ins Gesicht zu halten du merkst dann selber die Hitze der Flamme zwischen euch leichte verbrennendes verbrennender Geruch weil sowohl deine Kleidung als auch seine Kleidung leicht ankokelt gerade sorry ich bang gerade um mein Leben und von daher werde ich versuchen ja also auch diesen Schmerz und diese Irritation weg zu ignorieren und einfach nur durch reine Willensanstrengung die Fackel zu ihm zu bringen und zwar an eine Stelle wo es hoffentlich dann ihm ebenso geht er öffnet seinen Mund unnatürlich weit und groß perfekt wenn es geht reiner und in dem Moment ziehst du die Fackel nach oben und er beißt quasi in die Fackel rein statt in deinen Hals und in ein unnatürlich hoher schriller Schrei entblößt sich und du merkst dass der Körper über dir die Kraft von dir wegnimmt und nach hinten taumelt dadurch musst du die Fackel allerdings wieder loslassen ja ich würde allerdings nachsetzen wollen weil ich nicht weiß wie lange ihm das Feuer jetzt aufhält und direkt wieder versuchen nach dieser Fackel zu greifen und sie weiter quasi entweder in seinen Rachen zu schieben oder ihn vielleicht noch von den Beinen zu holen indem ich sie wegtrete um gegebenenfalls mit der mit der Fackel nochmal auszuholen und nochmal auf ihn einzuschlagen je nachdem was möglich ist oder besser möglich ist ja das soll dir genauso gelingen wuchtest die Fackel zwei, drei, vier Mal nochmal auf ihn ein wuchtest die tief in seinen Körper rein sein Körper inzwischen voll in Flammen aufgegangen brennt unnatürlich schnell und stark vor dir merkst das Feuer merkst die Hitze dann werde ich auch irgendwann wegweichen weil ich ja weil es halt zu heiß wird und bringe halt etwas Entfernung so ein, zwei Meter halt meinen Arm der immer noch wehtut steht dann halt in Flammen vor dir und schreit dich an Spruppe rappelt sich dann aber auch wieder von den Füßen wieder nach oben ähm ich gucke eine brennende Gestalt vor dir ich, ich, ich also so völlig verständnislos gucke ich an wie dieses Vieh was halt komplett in Flammen steht gerade aufsteht äh ich würde ein ähm gegebenenfalls haben wir werden wir da vielleicht auch Schilde ähm das Familienschild hängt da das Familienschild das ist äh hatte ich schon mal genommen äh würde ich von der Wand reißen wird es vor mich halt mit meinem gesunden Arm und den Typen einfach über den Haufen nochmal versuchen über den Haufen zu rennen trotz dass er in Flammen steht ja soll dir gelingen und schreit dabei bleib gefälligst liegen du Monster presst ihn quasi mit der Wucht gegen die Wand und äh die das Schild hält halt die Flamme von dir von dir von dir fern und du merkst halt dass er irgendwie gegen Druck kommt und du presst ihn mit aller Macht und aller Kraft die du hast gegen die Wand und an die Wand aber der beißt und schlägt halt immer noch um sich verdammt ähm lass mich raten bisher ist immer noch keiner zur Hilfe gekommen nein äh ich schau mich doch um nochmal irgendwas was ich noch kann ich irgendwas an mein Schwert oder so um dem vielleicht den Kopf abzutrennen weil ich kenne nichts was ohne Kopf noch rum ich kenne auch nichts was als lebendige Fackel noch rumrennt davon mal abgesehen ja aber das wäre so das nächste vielleicht den den Kopf das Schwert liegt weit hinter dir da müsstest du ihn loslassen ich würde die Kraft nimmt auch nicht ab ja der eher zu gerade ja okay gut ersten Fackeln also die ersten Flammen scheinen an dem Körper auch schon wieder auszugehen scheiße okay dann würde ich den nächsten Andruck den er macht nutzen in dem Moment weggehen dass er quasi ein bisschen stolpert wird das Schild aber so runternehmen dass er quasi über das Schild stolpert und erstmal wieder hinfällt damit ich hoffentlich genug Zeit habe um an ein Schwert zu kommen und würde versuchen mit all meiner Kraft dieses Schwert knapp über seine Schultern gleiten zu lassen in der Hoffnung dass ich den Kopf abbrennen kann du lässt ihn ein bisschen Spielraum weil du nach hinten gehst versuchst das genauso zu machen damit scheint er aber gerechnet zu haben und verpasst dir dann einen richtig fetten und kräftigen Schlag der allerdings von dem Schild abgefangen wird die eine Hand die das Schild nur richtig mit Kraft halten kann weil die andere ist ja gebrochen der andere Arm vibriert und kriegt deutlich du merkst deutlich wie die Sehnen sich anspannen müssen um das Schild überhaupt festhalten zu können du hörst es knacken und das Schild berstet so ein bisschen also zerberstet an der oberen Kante leicht ein ein großer Riss entsteht im Schild aber du hast den Schlag damit abgefangen bist zurückgetaumelt der Kerl ist nun frei vor dir allerdings kannst du das Schwert auch hochheben weil du zurückgetaumelt bist das werde ich tun und ich versuche mich an eine an eine das Schild halt wieder fallen lassen ja ich versuche mich an eine eine Methode die versucht hat Asimil beizubringen zu erinnern und würde den Angreifer auf mich zukommen lassen und nicht quasi meine eigene Kraft in den Angriff zu legen sondern die Kraft des Angreifers zu nutzen und ich gehe davon aus dass er mich auf mich zukommt um mir den Garaus zu machen und würde diesen Schwung Schwung nutzen um wieder wie damals wo ich fünf war unter der Hand hindurch hinter ihm wieder hochschnellen und von oben nach unten das Schwert versuchen seinen seinen Kopf von den Schultern nochmal zu trennen dass ich gegebenenfalls noch ein Bein stehen lasse dass er vielleicht wieder daran nochmal ins Stolpern kommt damit ich vielleicht nochmal ein bisschen besser treffen kann so rutscht an ihm vorbei kommst bei Hände wieder zum Stehen setzt den Schlag an und das Schwert trifft ihn auch genau da wo du es haben möchtest scheint aber auf merkwürdigen Widerstand zu stoßen treibst das Schwert tief in den Körper allerdings nicht tief genug und es bleibt stecken der Kopf klickt so halb zur Seite weg grinst dich immer noch an und dann würde ich quasi mit dem nächsten Ruck einmal noch so eine Kreisbewegung machen beziehungsweise mich mit dem kompletten Körper einmal um ihn rumzuwinden in der Hoffnung dass die andere Hälfte des Kopfes auch noch abgeht in dem Moment führt er einen wuchtigen Hakenschlag von unten gegen deinen Bauch du merkst wie die Faust dich trifft mit unglaublicher Wucht und du merkst auch die Flamme die in der Faust noch immer da ist wie sie deinen Bauch verbrennt allerdings schaffst du es auch im gleichen also das passiert gleichzeitig gerade mit dem deinen gekonnten Schlag auszuführen und ihm den Rest des Kopfes abzutrennen während du nach hinten taumelst vom Schlag schwer getroffen dich quasi nach vorne übergeben musst weil er dir gerade mit solcher Wucht in den Bauch geschlagen hat ich werde auch zusammenbrechen wahrscheinlich siehst du wie der Vortyp vor dir in Asche aufgeht und zwar wie als hättest du Plopp gemacht auch da gucke ich wieder verstört versuche gerade um Luft zu ringen atme es tiefe Asche Flocken ein dann fange ich kräftig an zu husten und versuche ein bisschen davon weg zu robben weil stehen kann ich gerade noch nicht weil mir ein bisschen Flau im Wachen ist der Schlag war heftiger als Lumen erwartet hatte obwohl er schon mehrere Vorgeschmäcker gekriegt hat die er irgendwie abblocken konnte und versucht irgendwie gerade um Luft zu ringen und irgendwie um Hilfe schreien kann er gerade auch nicht weil ihm die Luft fehlt noch und versucht so ein bisschen von dieser Kreatur wegzukommen und irgendwo sich gegen eine Wand zu lehnen und erstmal zu atmen und dieser Kreatur beim Vergehen zuzuschauen und hält seinen Arm in einer Position die am wenigsten wehtut Ja So wirst du von den Wachen gefunden Die kümmern sich dann auch um deine Mutter um deine Geschwister und um Azim Ich sag nur zu den Wachen holt die Bohrengeweihten aus der Taverne im Dorf Sie müssen davon erfahren Man kümmert sich um alles und am Abend kommt Azim an dein Krankenbett Leg dir so noch mal einen kalten Lappen irgendwie auf die Stirn Also spätestens als ich das erste Mal Azim gesehen habe denke ich mir so Du lebst Ja Sturer Name Das haben wir ja gemeinsam anscheinend Nun ich habe Lebensschuld auch beim kleinen Herr Nein Das brauchst du nicht Azim Du hast mir damals das Leben gerettet Und jetzt habe ich es dir wieder gleich gemacht Wir sind quitt Denkst du nicht auch Schicksal manchmal merkwürdig Definitiv Aber deine Lehren haben mir hier weitergeholfen Sie haben mir das Leben gerettet Wir Aufzeichnungen von Wecker gefunden Wie geht es meinen Geschwistern Er war über sie gebeugt Soweit gut Wissen nicht genau was sie gemacht haben mit ihm und mit mir und mit deiner Mutter Er hat irgendwie meinen Geist von Magie Spuckt aus Ja Sollte er auch machen aber er hat gerade Nein Liegt gerade im Bett und Ehrenhafter Kampf Ja Wie von Echsen gezücht Auf jeden Fall namenloses gezücht Was auch immer Die Kreatur stand in Sie war eine lebendige Fackel und er hat trotzdem noch gekämpft als würde das Feuer ihm nichts anhaben können Jetzt als ich den Kopf von seinen Schultern getrennt habe habe ich diese Kreatur zu Fall gebracht Diese Kreaturen schwer zu töten Oh ja Wie man bei mir sieht und wahrscheinlich mehrere Blissuren und blaue Flecke und natürlich den gebrochenen Arm klar Okay Wir müssen darauf auf Wir müssen gucken dass das nicht nochmal passiert Haben die braunen Geweihten irgendwelche Tipps gegeben Konntest du nochmal mit denen sprechen Ich habe sie nicht mehr gesehen Mein Vater nochmal mit ihnen gesprochen Und hat er irgendwas gesagt Noch nicht Es wird sie Zeit zeigen was passiert Gibt es noch weitere Vermisster außer die Nein Wir konnten wohl sein böses Tun abwenden Rastula sei Dank Haben Aufzeichnungen gefunden Er wohl Anhänger irgendeines Elfen Eines Elfen Sobald ich hier raus kann Dein Vater nun jagt Elfen im Wald Zumindest der das vorhat Es ist dumm einfach irgendwelche Elfen Wir waren bisher unser Leben lang friedlich mit den Elfen hier in der Nähe zusammen Ich versuche Nicht dass ich einen gesehen hätte Ich versuche ihn davon abzuhalten Vielleicht du auch nochmal tun Aber er momentan sehr in Rage als wir gefunden das Tagebuch Ich Hast du das Hast du das Tagebuch lesen können Du mich gelehrt Weißt du also was drin steht Dort steht von diesem Elfen Ah ok Wie heißt der Elf Er heißt ein merkwürdiger Name ich nicht ganz gut aussprechen Er heißt ein Gan Aion Gan Aion Mhm Sagt mir nichts natürlich Sag dir nichts Ok Ich habe garantiert auch noch nie Elfen gesehen Ich habe vielleicht mal von Geschichten im Wald gehört oder so aber mit denen zusammen war ich nicht aber ich halte es für eine grundsätzlich dämliche Idee einfach in den Wald zu gehen und einfach irgendwelche Elfen umzubringen Vor allem wenn wir bis dato friedlich miteinander ausgekommen sind Genau Und mit wirklich wirren Gedanken springen wir noch einmal weiter in die Zukunft Weitere zehn Jahre in die Zukunft 1040 Posporans Fall Währenddessen ist viel passiert auf dem Hof der von Trallons Trallos Nicht nur dass der Feldzug gegen die Elfen nicht viel erbracht hat schlicht weil die Jagdgesellschaften die dein Vater zusammengestellt hat und er hat sich davon nicht abbringen lassen sie zu jagen etliche Male irgendwie durch die Wälder gestreift sind aber kein Elfenvolk finden konnten sind halt besser als wir hat er irgendwann davon abgelassen von seinem Rachefeldzug gegen die Spitzohrigen obwohl seine Einstellung dadurch ziemlich verbittert wurde ja ich hab's auch ja ich hab's auch irgendwann aufgegeben auf ihn einzureden weil viele gute Worte da nichts gebracht haben die die Boronkirche hat eine enge Verbindung geknüpft mit Familie mittlerweile merkt man dass die Viehzucht und dass der Ackerbau in der Stadt und was seine Familie so wohlhabend gemacht hat an vielen Stellen das Geld abgezweigt wird dieser Feldzug gegen die Elfen kostet viel Geld man muss viele Leute bezahlen die die Wälder durchkämmen das hat ordentlich Geld gekostet dein Bruder ist ziemlich unfähig in der Kriegerakademie und muss ein ums andere mal weiter und weiter bezahlt werden und extra extra Fechtstunden müssen bezahlt werden darüber hinaus hast du deinen Vater endlich überzeugen können auch an die Akademie zu dürfen und auch für dich muss er zahlen und so merkt man über die Jahre dass das Geld für deine Familie immer weniger und weniger wird und statt die Jagdgesellschaften auf die Elfen aufzugeben oder endlich einzusehen dass dein Bruder es nicht zum Krieger bringen wird macht man dich verantwortlich dafür dass das Geld so nahe geht deine teure Kriege Ausbildung und so kommt es zwischendurch zu einem kleinen Streitgespräch zwischen deinem Vater und dir mal wieder wo er dir all das an den Kopf wirft und dann mit einer Lösung daherkommt von der du nicht im ersten Augenblick zumindest nicht viel denkst denn du sollst Geld in die Familie einbringen du sollst verheiratet werden mit einer wohlhabenden Adligen Tochter aus der Nachbar Provinz ja du kannst mich da nicht einfach verheiraten nur weil du mit dem Geld nicht auskommst hör doch auf die Wälder zu durchkämmen wie viele Jahrzehnte willst du das denn noch machen bis ich diese Spitzohren gefunden habe die deine Schwester und meine Frau auffressen wollten wollten und es nicht geschafft haben und seitdem ist nichts mehr passiert und du jagst immer noch weil wir unter dem Schutz der Bohrernkirche stehen wofür ich übrigens auch zahlen muss dann handeln mit der Bohrernkirche einen Vertrag aus dass sie nicht halt unter dem beziehungsweise dass wir irgendwie die Kosten weniger werden schau hör diese Jagdtrupps auf wie viele Leute willst du denn Söldner willst du denn immer noch hier machen die Kriminalität ist höher geworden in den Dörfern nur weil du irgendwelches Solltvolk hier anschleppst bis ich diese Spitzohren gefunden habe irgendwo wirst du es aber nicht schaffen weil alle Leute unfähig sind sie ist doch ein Vater nein bis du unsere Familie in den Ruin wirfst und mir es dann wieder ankreiden willst ich bin fünfmal besser als mein Bruder auf dieser Krieger Akademie und trotzdem ist mein Bruder warum auch immer noch höher in deiner Grund der Vertrag steht du heiratest sie Raster Ausschluss du wirst schon sehen wohin das führt Türen werden zugeschlagen Schimpfwörter werden ausgetauscht aber es ist so die Hochzeit wird arrangiert aber dein Vater hört tatsächlich zum Teil auf dich und arrangiert etwas mit der Boron Kirche dass er kein Geld mehr an sie bezahlen muss stattdessen muss er ganz viel weiteres Söldnervolk anheuern um nämlich das Gehöft weiter zu schützen denn die Boron Kirche möchte nun dass ein Relikt am Anwesen von in der Kapelle untergebracht wird damit wandernde Borons Gläubige hier bei deinem Vater Halt machen können um für die Kirche zu spenden und hier eine Einnahme zu generieren ihr sollt ein Relikt schützen und verwahren dafür müsst ihr kein Zehnt mehr abgeben an die Volgariten ok habe ich denn herausfinden können was da als Relikte bei uns jetzt positioniert werden man hat euch ein Kästchen gegeben ein Relikt Kästchen sehr klein soziert und darin ein kleiner Hammer und ein Pflock durchzogen mit silbernen Linien leicht schimmernd und man hat immer den Eindruck die Linien verlaufen jedes mal wenn man ihn ansieht anders auf dem Hammer deutliche Symboliken von einer Sanduhr zu sehen fasziniert also ich finde es beeindruckend die Handwerkskunst und gerade dieser Effekt mit den Linien und ich werde natürlich versuchen herauszufinden ok was hat das mit diesem Artefakt auf sich worum geht es da gibt es eine Geschichte zu gerade durch das Zusammensein mit A7 bin ich ein großer Freund von Geschichten geworden Lumin findet heraus dass diese Artefakte aus dem Süden stammen weit aus dem Süden und die Golgariten sie mit in den Norden gebracht haben und dass es im Süden einen Kult der Marbo gibt der Tochter des Boron und diese Reliquien wohl von einem Marbo Kult stammen und deswegen auch ausgelagert werden sollen und nicht in den üblichen Golgariten Hochburgen verwahrt werden sondern hier in der Wallachai in der Provinz aber dennoch öffentlich zugänglich für Pilger ok spannend ja ich guck alles mit Faszination zu auch den Bau da wird eine ganze Zeit lang auch gebaut gerade an unserer Kapelle was auch wieder Geld verschlingt natürlich wird wahrscheinlich das ein oder andere mal mit irgendwelchen Söldern zu tun haben die vielleicht nicht ganz so funktionieren wie man das gerne wünscht und versuche dann so ein bisschen die Ordnung soweit ich kann weil ich bin ja auch viel in der Kriegerakademie irgendwie versuchen an dem Hof ja halt so ein bisschen die Ordnung zu behalten und du schaffst tatsächlich den Abschluss ziemlich früh ziemlich gut sogar noch vor deinem Bruder der ein Jahr nach dir erst den Kriegerbrief erhält obwohl er ein paar Jahre vor dir begonnen hat und zur Feier des Tages nicht nur der Übergabe deines Kriegerbriefs der sich nun schon ein paar Jährchen jährt aber den man jedes Jahr mit einem großen Fest begeht weil das ist die einzige Sache auf die dein Vater wirklich mal stolz gemacht hat wo er jetzt anerkennt direkt die nächsten Pläne schmiedet und den fertigen Krieger in seinem Hause nun an den Golgariten Orden geben möchte ja Kloster ist jetzt nicht so meins das einzige was ihn davon abhält ist die arrangierte Ehe mit Idra Zell einer niederen Adligen aus der Nachbarprovinz die allerdings sehr wohlhabende Familie hat und über die Jahre hast du sie kennengelernt und auch naja eine gewissige Art Zuneigung entwickelt wobei sich im Inneren von Lumin immer eine Zwiespalt abspielt magst du sie jetzt nur weil du musst und weil dein Vater das so will um deinem Vater zu gefallen oder ist das was du da fühlst irgendwie real denn deine Mutter erzählt dir jedes Mal dass das dazugehört und die arrangierten Travia Bünde naja eben den Segen der Travia mit sich bringen sobald man sie arrangiert hat ist das nun der Segen der Travia der in dir wirkt oder sind es Raja gefällige Gefühle die von dir selbst aufkeimen du kannst es nicht auseinander halten und Azim ist das erste Mal in deinem Leben auch keine große Hilfe denn der hat mit Frauen nichts am Hut ja das ist wohl wahr nichtsdestotrotz versucht er seine eigenen Gehversuche mit Idra die nicht immer unbedingt von Erfolg gekrönt sind aber irgendwie scheinen die beiden sich zusammen zu raufen vielleicht aufgrund von den Familien weil die ein bisschen Druck machen und sagen hey Leute oder sie immer wieder zusammen stoßen aber irgendwie scheinen die ganz gut mit zusammen zu funktionieren und ja so versucht er hin und wieder auch mal tatsächlich den guten zukünftigen Ehemann und versucht dann auch mal mit ihr leckeres essen zu gehen was besonderes zu machen weil wir durch den reisenden Händler an interessante Zutaten gekommen sind und hat irgendwie mit den Köchen gesprochen ob man da nicht irgendwas tolles draus machen kann also hin und wieder gibt er sich tatsächlich Mühe allerdings fällt es ihm auch nicht so einfach also also er ist manchmal ein bisschen unbedarft auch aber mit den Jahren finden sie einen Weg und vielleicht kommt auch etwas mehr Zuneigung zumindest von Lumin aus zu ihm zu Idra und so ist es jetzt nicht mehr der komplette Horror dass eine anstehende Ehe ansteht aber eigentlich hat er noch ganz andere Vorstellungen von seinem Leben gehabt nicht Travia gefällig an Heim und Herd und Landwirtschaft zu bewirtschaften oder sich zumindest darum zu kümmern irgendwelche Fakte an einem Ort zu machen eigentlich wollte er die Welt sehen und da hat er gehofft dass die Kriegerakademie ihn dahin führt und vielleicht mit Aufträgen durch die Kriegergeschichte er ein wenig zumindest die Umgebung sehen kann aber auch das scheint er jetzt wieder irgendwie im Keim zu ersticken und er ist eigentlich nur froh dass er nicht in ein Kloster muss und ja überlegt auch mit Haldern weil er halt auch nicht wegkommt und er bei seiner Grobschmiederei halt hin und wieder mal Verzierungen jetzt anfängt zu machen auf irgendwelchen Werkzeugen Mutter Mutter ist auch inzwischen gestorben und er musste das Geschäft übernehmen ja von daher sind wir beide wahrscheinlich auch schon mal hin und wieder in der Taverne und gönnen uns einen Abend wo ich wahrscheinlich meistens die Zeche bezahle ja und sind manchmal etwas frustriert einfach weißt du ich kriege das mittlerweile ziemlich gut hin mit den Schwertern die ich den Söldnern von deinem Vater schärfen muss ich sag ja wenn du genug Übungen hast kriegst du alles hin es macht mir nur echt keinen Spaß aber ich hab Verzierungen dran gemacht hast du gesehen ich hab euer Familienwappen drauf gemacht auf den Griff hey wenn du Bock hast auf Verzierungen oder wenn du da wirklich dich mal ein bisschen austoben willst also ich sehe ja dass du mittlerweile echt gut darin wirst du könntest dich eventuell mal in meinem Schwert austoben also es muss kampffällig bleiben natürlich klar klar wenn ihr bezahlen könnt aber was ich ich würde es ja auch als Freundschaftsdienst machen aber muss auch echt hast du noch das Fest was wir vor zwei Wochen gemacht haben weil deine zukünftige hier gekommen ist ja da hab ich dir ziemlich viel ausgegeben weißt du noch ja und irgendwann mal auch mal bezahlen okay okay naja ich verstehe den Punkt und guckt so ein bisschen in seinen in seinen Beutel der auch relativ leer ist ja und ähm nimmt da so die weiß ich nicht vielleicht noch ein Silberstück raus oder so äh als Anzahlung äh mehr hab ich gerade nicht was willst du denn haben ähm ne das ist vergiss vergiss die Verzierung das ist von letztem mal noch ey ich hab dich eingeladen ich will schon ehrliche Arbeit haben das machst du doch immer ah verdammt ich will nicht als Familienvater in genauso wenig wie du hier eigentlich versauern willst dachte du magst sie aber doch ja sie ist toll aber das ist ich seh trotzdem mein Leben daran nicht na toll du kriegst ne Frau sogar ne Weiche und den dreckigen Schmied hier auf dem Dorf will keiner haben dich kriegen wir auch noch was ist denn mit ähm na wie hieß die eine der du schöne Augen gemacht hast Margret ja da war der Vater dagegen ja sie ist doch als Herausforderung hab ich aber naja wenn man naja der Vater bezahlt gut und der hat die meisten Aufträge gerade für mich und ist einfach alles blöd was machst du denn für ihren Vater ich hab das ganze Wagengeschirr neu schmieden müssen für die okay das ist ein Großauftrag und einer der mir sogar Spaß gemacht hat ach ist doch scheiße ja und außerdem hängt die die ganze Zeit jetzt mit diesem Buriel rum Buriel der der hinkt ja der Bauer was will die mit dem der hat gerade den Hof von seinem Vater geerbt und naja du weißt ja der schmeißt mit Geld um sich da weiß ich auch noch nicht ob das mit dem 10 so richtig funktioniert bei dem oder ob der irgendeinen Weg gefunden hat da rum zu kommen ist der zahlt euch nicht richtig aus keine Ahnung dem traue ich alles zu auf jeden Fall hängen die ziemlich offen miteinander rum und ich darf nicht dazu weil wenn ich gesehen werde mit ihr dann erzählt er es oder irgendjemand anderes ihrer Vater und dann ist der Auftrag futsch okay alles blöd deswegen konzentrieren wir uns lieber auf das Liebesglück von dir ja vielleicht kommen hier ein paar Brautjungfern die was für dich sind wir richten dich her ja vielleicht hat sie eine Freundin oder eine Schwester oder so die einen Schmied nimmt verdammt ich kann doch keine Adel geheiraten aber vielleicht kommt da eine nette Magd hin ja eine Zofe oder so ja komme ich auch noch an den Hof Elisa hieß glaube ich die eine die war doch ganz nett mal gucken du kommst auf jeden Fall auf meine Hochzeit und dann schauen wir mal was wir machen können ja genau aber du solltest zurück glaube ich ist schon soweit ja vielleicht wird dir da die Schüler hochstellen wollen wir sind die Letzten guck dich nochmal um wir trinken das Pferdocker noch aus und dann erhebt das Pferdocker und stößt mit ihm an aus die bestmöglichste Zukunft und guckt so etwas zerknirscht möge Travia uns Holz sein möge Travia uns Holz sein und bummelt noch was auf Zulamidisch was heißt das eigentlich ständig was du da sagst es so ein Denk zwischen mir an Azim weißt du was ich glaube was dass Azim auf Kerle steht weil er keine Frauen hat er sagt er sagt immer dass es keine er guckt Alrik immer so komisch an ernst hat glaubt schon ha hätte ich ja sieben glaube ich gar nicht aber ich hab mir da auch schon seit jahrzehnten keine gedanken mehr drüber gemacht um ehrlich zu sein wenn man mir zweimal gesagt oder ein paar mal gesagt hat oder so dass sie hier nicht dem richtigen an den richtigen Gott glauben oder ungläubige Frauen sind Alrik ich glaube du spinnst vielleicht ist es auch nur das fünfte Fairdocker was ich eben getrunken habe wahrscheinlich ich frage mal vielleicht kriege ich ihn ja aus dem Konzept wäre mal was neues bei sie jetzt aber hoch sonst kriege ich Ärger mit deinem Vater und relativ wenig motiviert stemmt er sich so stemmt er seine Arme auf den Tisch und drückt sich hoch na dann auf unser wohl und fast noch mal auf die Schulter wenn ich dich nicht hätte wäre das Leben nur halb so gut kommst so wieder Richtung Anwesen weißt auch irgendwie dass die Belegschaft deiner zukünftigen Frau also die ihren Zofen und der halben Familie irgendwie bei euch gerade zu Gast ist hast dich da weggestohlen damit du nicht da mit den ganzen Frauen am Feuer sitzen musst und irgendwie Smalltalk machen halten musst einerseits hast du das voll gerne gemacht eben bei dem dem entkommen bist andererseits hättest du schon gerne noch Zeit verbracht mit Idra obwohl ihre Anstandsdame peinlich genau darauf achtet dass ihr nicht zu viel alleine miteinander macht bevor ihr nicht richtig verheiratet seid weinerei ein bisschen angetüdelt kommt er wenn er irgendwelche Leute hört oder sieht die in der Nähe sind guckt er sich nochmal so ein bisschen seine Klamotten zurecht und schaut der Hof ist leer als du den Hof betrittst nur ein leichtes Licht aus der ein bisschen geöffneten Tür der Kapelle dann warte mich ja mal tief durch wundere mich um die Uhrzeit ich gehe mal hin vielleicht hat noch jemand vergessen die Tür zu zu machen gehst in die Kapelle und siehst dir das fein aufgebahrte kleine Kästchen mit dem Flock und dem Hammer auf dem Altar liegen okay normalerweise ist eine Wache immer vor dem vor der das richtig da ist jetzt aber keine Wache gewesen richtig nein ich gucke mich in dieser Kapelle die relativ überschaubar ist einmal um siehst nichts großartig das Kästchen funkelt im Mondlicht die Kapelle ist so umgebaut worden dass der Mond nachts der Mondschein auf dieses Kästchen auf dem Altar drauf scheint und es funkelt und glitzert in deine Richtung es ist ja wahrscheinlich also kein Mucks oder nichts was man hier großartig hört außer draußen ein bisschen Geräusche von Uhu der irgendwie schreit größer nichts ich gehe mal zu diesem Kästchen hin schau mir es an und würde es mal vorsichtig versuchen zu öffnen öffnen ist das Kästchen ist halt der Hammer und der Flock drin dann würde es wieder zumachen wo ist dieser Sausack ich sag ja die Söldner sollte jemand Angestellten hier immer positionieren aber dann darf ich hier widerstehen hervorragend ähm ja nachdem man so ein bisschen mit sich geredet Schatten hinter dem Altar siehst du als das Kästchen aufgemacht hast einen kleinen Schäben sich bewegen wer da keine Reaktion dafür nimmt der Schäben ein bisschen merkwürdig langsam Gestalt an es wirkt alles ziemlich unwirklich ich gehe so ein zwei Schritte entferne mich von dem Schatten ein kleines Mädchen tritt aus dem Schatten heraus mit großen Augen an erschreckt mich doch nicht so kenne ich das Mädchen noch nie gesehen erschreckt mich doch nicht so klein was machst du hier leicht blut unterlaufen und hält eine große Sanduhr zwischen den Händen was zum ähm also durch diese roten Augen und blutunterlaufenen bin ich halt deutlich jetzt verdutzt was machst du hier kleine schau mich währenddessen gleichzeitig um ob ich irgendwas zum schlagen finde lächelt dich an und deutet dann mit einer Hand so auf dich so auf Brusthöhe ja ich bin hier und jetzt und nimm mir weiß ich nicht und wenn es ein Kerzenleuchter ist oder sowas öffnet so den den Mund und die Lippen und formt Wörter aber du hörst nichts genutzt deine Stimme dann dreht sie die Sanduhr um tritt wieder zurück in die Schatten was zum ich finde konnte ich irgendwie anhand der Lippen irgendwas irgendwelche Worte identifizieren nein ich reibe meine Augen nochmal und denke mir so viel habe ich jetzt auch wieder nicht getrunken das noch geöffnete Kästchen mit dem mit dem Flock glimmt jetzt ein bisschen unnatürlich vor sich hin diese silbernen Linien scheinen sich in rasender Geschwindigkeit um den Flock herum zu funkeln und zu glimmen und zu glitzern was dadurch gibt dieses Relikt gerade ein unnatürliches Eigenlicht ab was irgendwie sonst nicht so der Fall ist ich nähere mich nochmal diesem Kästchen schaue mich nochmal um habe ich irgendwie die Möglichkeit hier ein bisschen mehr Licht rein zu bringen oder eine bewegliche Licht Quelle irgendwie so ein bisschen ausgehen und dann kannst du eine Fackel holen ansonsten ist der Mond der halt hier immer das Licht macht gerade ich würde mal so die Hand so in die Richtung von den von den Sachen nehmen und würde tatsächlich irgendwie so ein bisschen den 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 Flock oder den Hammer je nachdem was gerade mehr leuchtet würde ich den Flock kurz berühren fühlt sich gut an leichte Wärme die der abstrahlt ok nehm also leuchtet der relativ hell oder ist das eher so ein glüh da gibt fast so ein eigenes Licht ab als wäre es eine Lichtquelle dann will tatsächlich den 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 Flock aus diesem Kästchen nehmen und ihn so ein bisschen in Richtung der Schatten halten wo das Mädchen verschwunden ist zu gucken also so Licht quellentechnisch ist es tatsächlich wirklich verschwunden da ist keine Tür oder kein Fenster oder sonst irgendwas ja nachdem ich den die Kapelle abgesucht habe und nichts gefunden habe würde ich den Flock wieder in das Kästchen tun du willst gerade zurück legen dann hörst du Gepolter von der Tür ich gucke zur Tür erschrocken zwei gestalten stolpern gerade mehr als dass sie gehen in die Kapelle hinein eine wird gezogen von der anderen und ist halt die in so eine Art Würgegriff oder so drin sehe ich wer zu mir gehört und wer nicht zu mir gehört die eine Gestalt steht mit dem Rücken zu dir dreht sich aber in dem Moment auch gerade um und reißt die andere Gestalt irgendwie vor sich und du erkennst deine Freundin der Verlobte Idra die gerade in so einer Art Würgegriff ist von einem Fremden der hinter so einer Kapuze tief ins Gesicht geschlagen hat seid ihr wahnsinnig lasst sie los wisst ihr mit wem ihr euch anlegen Mist du da nimm den Flock hörst du sie so Lumin Lumin lass sie los das hättest du gerne ja das hätte ich gerne aus dem Weg wenn dir dein Leben lieb ist wenn dir dein Leben lieb ist bist du jetzt mal ganz ruhig und all deine Waffen hätte ich gerne auf dem Boden naja da er im Dorf war weiß ich nicht wird er sein Schwert wahrscheinlich nicht mitgehabt haben vielleicht ein Dolch oder so naja ähm erst lässt du sie gehen nein du siehst gerade meinen Faustpfand ich nehme den Dolch und ziehe ihn langsam raus und sehe wahrscheinlich keine Gelegenheit diesen Dolch auf den Typen zu schleudern ohne mit Sicherheit sagen zu können dass ihr nichts passiert und würde ihn dann quasi so fallen lassen dass er zumindest nicht an den Dolch kommt ohne irgendwie an mir vorbeizukommen oder zumindest in Nähe von mir zu kommen das ganze läuft jetzt so ab du gibst mir das Kästchen das du da gerade hast und ich gebe dir die Frau er guckt so ein bisschen schätzend was sagt mir dass wenn du das Kästchen hast sie nicht umbringst nichts muss mir vertrauen ich versuche ihm abzuschätzen das mit dem Vertrauen hast du dir verspielt nachdem du hier eingebrochen bist mein Freund tja eure Wachen so unfähig sind überlege und er will das Kästchen haben hat er gesagt ja ich will dir nur das Kästchen ihr musst gar nichts passieren eigentlich habe ich gedacht es wäre doch ganz gut für den Weg rückweg eine Geisel zu haben falls irgendwas passiert und zack da kommt der unerwartete Lumin um die Ecke ich gucke etwas etwas überrascht dass er meinen Namen kennt ähm wie gesagt also ich das Kästchen ist ja quasi auf dem Altar und das ist ja quasi das hast du gerade in der Hand noch wolltest es ja gerade zurückstellen ich habe aber keine Möglichkeit die Sachen die drin sind irgendwie aus dem Kästchen raus zu bringen ohne dass der Typ das mitkriegt mhm der guckt dich ja gerade an von daher sieht er genau was du tust also deswegen okay gut dann würde ich das Kästchen zumachen es auf die Ecke des Altars legen und ein paar Schritte nach hinten geben okay lass sie los in die Ecke da hinten ich gehe noch mal einen Schritt aber er muss sich jeden Schritt erbeten du mach schon ich gehe nach hinten er geht so auf die Hälfte des Debsweges geht dann unter wo du den Dolch hast fallen lassen hebt den Dolch aus und hält ihn an ihr Kehle hatte er vorher schon ein Dolch ne dann hätte ich den Dolch aber mitgezogen ja okay nachträglich ist immer kacke ich habe jetzt nicht lange gedacht okay passt schon er hatte sie halt im Würgegriff ein bisschen zähneknirschend nimm dein Kästchen und lass sie hier so das ist doch ein guter Tausch und in dem Moment als er nach dem Kästchen greifen will wehrt sie sich ein bisschen und tritt ihm auf den Fuß ich würde sofort auf ihn zustürmen mit voller Wucht er greift nach dem Kästchen lässt sie dadurch ein bisschen los und als du nach vorne stürmst hat er sie aber sofort wieder aber die Kapuze ist zurückgeschlagen durch die ganze Aktion und bevor du ihn erreichen kannst hat er auch schon wieder den den Dolch an ihrer Kehle dann stoppe ich meine Vorwärtsbewegung und du siehst ihm das mitten ins Gesicht und er siehst ein jungen ein sehr junges Gesicht was man dann doch irgendwie vom Leben gezeichnet scheint schon und das ist ein Elf zumindest hat er spitze Ohren ich schaue ihn an ungewöhnlich einen Elfen hier zu sehen so jetzt gehen wir hier ganz langsam raus ich und das Kästchen und deine Holde nein die Holde bleibt hier lass sie draußen frei nur damit du mir nicht hinterher läufst du bleibst schön da stehen hinter dem Altar los Hände auf den Tisch ich lege die Hände langsam auf den Tisch und überlege scanne die ganze Zeit so ein bisschen den Raum so von wegen Möglichkeiten irgendwas umwerfen irgendwie über den Altar auf ihn zustürmen aber dieser Dolch an der Kehle was Lumin selber zu verschulden hat jetzt eigentlich hält ihn halt vollkommen davon ab und zwingt ihn zum Nichtstun geht dann langsam zurück und an der Tür tatsächlich muss er um die Tür weiter aufzustoßen den Dolch noch mal ein bisschen lockern und in dem Moment wehrt sie sich wieder und er lässt das Kästchen fallen ich würde über den Altar gehechtet kommen und quasi auf ihn zulaufen was glücklicherweise da ist ein bisschen Platz zwischen das Kästchen fällt auf den Boden die beiden Insignien quasi fallen heraus der Hammer und der der Flock und all der Hass die er nun hat stößt er irgendwie Idra von sich weg in deine Richtung so dass ihr beide zusammenstoßt und während du sie quasi in den Armen hältst bückt der Typ sich greift das Kästchen greift schnell den Flock und verschwindet aus der Tür ich würde noch schnell also als er den Flock greift würde ich einfach nur den Namen Ganaion zu ihm rufen und gucken ob er in irgendeiner Art und Weise reagiert zuckt kurz zusammen ich kenn nicht du Wichser ja ich fang sie auf leg sie vorsicht alles okay und ist schon so ein bisschen auf Halbass und wartet quasi ihre ab sieht aber kein Blut alles gut schnapp ihn dir und lauf ihm hinterher nimm mir den Hammer noch von dem von dem Boden auf den er hat liegen lassen und versuch ihn zu verfolgen du bist wieder gemutet siehst die Gestalt noch wie sie auf die Mauer zuläuft holst schnell auf weil du ja austrainiert bist und in dem Moment ruckt er zur Seite wie so ein ein Hase auf der Jagd ruckt zur Seite weg nach so einem Hasenhaken schaut dich dann mit äh stierenden Augen an und macht eine merkwürdige Armbewegung ich guck wieder ich guck weg und versuch diesen Arm irgendwie wegzuschlagen falls ich nah genug an den Arm muss ich ihn reich weiter zu schlagen er hat also einen Haken geschlagen bevor du ihn erreicht hast dann versuche ich zumindest den Blick abzuwenden weil sowas kenne ich schon hinterher sehe ich wieder nur irgendwie verschwommen dann wendet Lumin den Blick ab und als er wieder hinsieht ist der Mann verschwunden verdammt und ich werde halt noch mit diesem Hammer fest in der Hand werde ich halt die Umgebung noch abschauen und irgendwie versuchen die Mauer hoch und dahinter zu gucken aber es wird wahrscheinlich einfach zu dunkel sein als dass man mehr als vier fünf Meter gucken kann er ist entkommen mit dem Kästchen verdammt ich kenne deinen Namen rufe ich noch in die Dunkelheit und ich werde dich finden aus dem Haus heraus tritt dein Vater mit einem merkwürdigen gewanderten Mann der zur Hochzeitsgesellschaft von deiner Verlobten gehört der die begleitet hat und die Gesellensichtung wie zu was ist hier los eins der Artefakte wurde geklaut was ich springe quasi von der Mauer runter oder gehe die Mauer runter hab noch die hab noch den Hammer in der Hand ja ich hab keine Wache an der Kapelle gesehen und hab nachgeschaut aber die Insignien waren drin ich hab mich umgeschaut und dann kam plötzlich jemand mit Idra Idra und läuft zur Kapelle und lass meinen Vater inklusive den gewanderten Mann da stehen ihr geht's gut entgegengelaufen ich verdammt guck ihr noch so ein bisschen an den Hals oder so stell nochmal sicher dass nichts ist steichert ein bisschen durchs Gesicht so von wegen alles in Ordnung er ist aus dem Nichts aufgetaucht Vater hast du ihn erwischt nein leider nicht der ist entkommen wie konnte der hier reinkommen dein Vater und ja im Zweifel über eine der Brücken das war ein Elf ein Elf und der fremde Mann stürzt so ein bisschen und ich glaube es war Ghanai sein Vater murmelt irgendwas in sein Bad hinein während der fremde Mann irgendwie einen kleinen Stab aus dem Umhang herausholt und ein paar Bewegungen mit dem Stab macht tatsächlich Überreste eines Transversales interessant Entschuldigung bitte wer wart ihr nochmal Magister Magister Ordinarius Moveticus Silberto Castellani Talicin zu euren Diensten erfordert dich kennenzulernen wenn auch durch diese unrühmlichen Umstände wenn ich die Signaturen des Zaubers sehe kann er nicht weit gekommen sein kriege ich ein paar Männer kann ich auf Suche gehen ich werde dich persönlich begleiten mein Sohn ok Vater könnt ihr uns führen Herr Castellani Talicin ich denke schon ausgezeichnet Idra du bleibst hier bring dich in Sicherheit sperrt euch irgendwo ein wer weiß ob sie wiederkommen und gib dir nur nochmal einen kurzen Kuss auf die Wange du und dein Vater folgt dem Magier ich und mein Vater haben wir sonst keinen gekriegt auf die Schnelle Azim kommt auch noch mit ah perfekt ok und er führt euch runter wieder ins Dorf zu einem der Gasthäuser ich werde mich natürlich irgendwie gerüstet haben und meine Waffen mitgenommen haben und tatsächlich sieht man noch also findet ihr dort den Gastwirt fragt dass dort tatsächlich jemand einen Elf eingecheckt hat quasi ein Zimmer bezogen hatte der aber ganz vor ein paar Minuten sein Pferd genommen hat und davon geritten ist und ich suche das Zimmer und finde tatsächlich noch ein paar Papiere die darauf hindeuten dass er ins Horas reich möchte ok also ich werde im ersten Impuls tatsächlich versucht haben die Fährte aufzunehmen und ihm hinterher zu reiten wenn ich ihn wahrscheinlich dann nicht gekriegt habe oder so werde ich irgendwann wieder zurück gekommen werden und dann er möchte ins Horas reich und zwar nach Grangor und das trifft sich ziemlich gut denn der Magister Castellani Talidien kommt ebenfalls aus dem Horas reich und war sowieso auf dem auf der Reise dorthin hat sich dann nur der Familie von deiner Verlobten angeschlossen für den ersten Teil der Reise und meint dann ich kann natürlich habe die magischen Signaturen sehr gut ich glaube ich kann ihn dort aufspüren Vater lass mich ihn begleiten ich habe schon mal einen dieser Kreaturen erledigt und es war meine Schuld dass das Artefakt gestohlen wurde na gut begleite ihn danke und so kommt es dass Lumin eine weite Reise vollführt ins Horas Reich dort sich die Spur des Kästchens abermals verliert Richtung Norden Richtung Torval und dann wieder auf irgendeine Art und Weise Richtung Osten Richtung Gerasim und so reist Lumin zusammen mit dem Magister quer durch Aventurien zieht viele Stellen immer auf der Suche nach seinem Artefakt und immer begleitet durch den Magister Ordinarius Moveticus Hiberto Castellani Taligin den der so eine Art vertraute Person wird für Lumin Lumin stellt er überall als sein Leibwächter vor und allerdings ist die Beziehung zwischen euch wesentlich freundlicher du hast den Eindruck dass Hilberto alles daran setzt auch dieses Artefakt für deine Familie wieder zu gewinnen nur wenn es irgendwelche offiziellen Sachen zu der Regeln gibt dann bist du nur der Leibwächter und nicht der um den es hier eigentlich geht damit werde ich mich aber abwenden können ich werde mich natürlich von meiner zukünftigen vielleicht auch jetzt nicht mehr zukünftigen Frau verabschieden und werden sagen ich werde versuchen so schnell wie möglich zurückzukommen und ich werde auch versuchen hin und wieder so weit es mir möglich ist schon mal Briefe zurückzuschicken ich weiß nicht inwiefern wie teuer das teilweise wird die Briefe oder wenn es mehrere Briefe sind gegebenenfalls der Herr Castellani hat noch Geld da kannst du machen auf jeden Fall einen Brief aus den Ritten leiern dann werde ich auf jeden Fall also tatsächlich Idra schreiben klar an meine Familie einen Brief aber auch an Haldern werde ich regelmäßig dann Briefe schreiben je nachdem wenn ich irgendwo angekommen bin irgendwas interessantes erlebt habe so ein bisschen auf aktuellem Stand halten also aktuell das sind ja immer mehrere Wochen oder so die Briefe dann teilweise brauchen wenn ich sogar teilweise wohne so nach dem Motto ich bin halt dran aber auch wenn er natürlich diesen Zug hat dieses Relikt wiederzufinden er genießt die Reise gerade so ein wenig er sieht viele Sachen von denen er bisher nur gehört hat also ihm schreibt er natürlich auch an klar du lernst auch viel von dem Magister der ein weit gereister Mann zu sein scheint immer auf den Avis Pfaden unterwegs scheint viel gesehen und viel gelernt hat schon und für weidender Menschen ist es die Magie ja immer so eine Art Buch mit sieben Siegeln aber durch die Begegnung durch die Reisen mit dem Magister lernt hier Lumin auch die Magie schätzen und auch die Magier Zunft respektieren gerade wenn es natürlich auch hilft irgendwie dass wir vielleicht nochmal neuen oder eine Information mehr über den Verbleib des Artefakts rauskriegen oder sowas Anfang wird er dann noch nase rümpfelt daneben gestanden haben aber irgendwann wird er vielleicht sogar den Magister mal gefragt haben könnt ihr vielleicht hier nicht noch irgendwie was nachschauen ja so führt sie es Lumins Weg ebenfalls nach Gerasim wie all die anderen auch und dort sehen wir sie dann alle wieder aber das erst im nächsten Jahr und dann auch erst Ende Januar Anfang Februar haltet die Augen offen für Ankündigungen für die erste Runde die wir dann gemeinsam spielen ich hoffe ihr hattet Spaß an Lumins Prelude wir mussten ein bisschen aufgrund der Zeit ein bisschen raffen denke das hat man auch ein bisschen gemerkt am Ende aber wir hatten so viel Spaß in den ersten Szenen schon dass wir uns da sehr viel Zeit gelassen ich war erstaunlich ich hatte erstaunlich viel Spaß an einem fünfjährigen Lumen ich auch ich auch aber das macht ja nix Hauptsache ihr habt jetzt ein bisschen Bescheid gekriegt und jetzt wisst ihr auch wo das Artefakt nachdem alle Spieler bis jetzt irgendwie so halbwegs gejagt haben irgendwie herkommt und auch was es damit auf sich hat und ja vielleicht findet ihr es alle in Gerasim wieder beziehungsweise wir wissen ja wer es hat ja und wir wissen auch dass dieser nach Gerasim unterwegs ist naja mal gucken ob Lumen ihm das aus die Rippen leiern kann wir werden es erleben wenn das zumindest herauskriegt wird das sehr hartnäckig sein ja musst du vielleicht ein bisschen für arbeiten aber Geld hat Lumen ja jetzt nicht aber mal gucken was der gute Pölle da mit seinem Charakter irgendwie dann macht auf jeden Fall sehr gespannt freut mich auch schon auf die erste Runde zusammen auf jeden Fall und wer es nicht gemerkt hat der Ganion ist natürlich auch schon aufgetaucht das ist der Elf aus dem Schiff von unserem Torballer gewesen also auch da gibt es ein paar Übereinstimmungen unsere Helden haben mehr miteinander zu tun als sie selber wissen bisher aber das wird wahrscheinlich bei der Charakter Zusammenführung noch sehr interessant werden ich danke dir Rintaro fürs Mitmachen ich danke dir fürs Spielleiten was du wieder fantastisch gemacht hast ja wir haben auch die Kämpfe haben wir ziemlich cool hingekriegt finde ich ich habe diesmal sehr viel würfeln müssen beim letzten mal nicht so viel aber ich kam stellenweise ziemlich ins Schwitzen hast du schon war okay ich habe gut gewürfelt sehr gut habe ich gemerkt ich war ein paar mal erstaunt ach das funktioniert jetzt war sehr gute Würfel dabei sehr gut die Wege der Wege sind unvorhersehbar ja genau richtig Azim würde jetzt sagen die Wege des Gottes des Einen sind unvorhersehbar und ja vielen vielen Dank dass ihr zugeguckt habt Tengil und Wan Arun und all die anderen die da waren Elano ist schon ins Bett gegangen guckte noch nach schöne Grüße noch dann ja und ich wünsche euch eine schöne Restzeit in diesem Jahr genießt den Advent und die Weihnachtszeit und rutscht gut in das neue Jahr hinüber es kann ja nur besser werden alles und fand die Situation schön beschrieben sind war in Arun Dankeschön Dankeschön der kleine Illumin war klasse ja super fand ich auch ja cool und wir sehen uns dann alle hoffentlich gesund und frisch und fröhlich im neuen Jahr wieder wenn dann die Kampagne wirklich losgeht und wir uns alle in Gerasim auf die Suche nach dem Artefakt machen oder je nachdem was der Pölle dann damit macht kann man alle Pre-Dude nochmal nachholen um nochmal auf dem aktuellen Stand zu sein das hervorragend genau ihr habt ja genug Zeit falls ihr das jetzt gerade erst entdeckt habt könnt ihr die anderen nochmal nachschauen genau richtig ganz untätig wird es auf diesem Kanal also auf Twitch wird es untätig werden aber auf dem YouTube Kanal von Goali wird es nicht ganz untätig bleiben ich habe noch zwei große Sachen die dieses Jahr noch veröffentlicht werden an denen ihr euch noch erfreuen könnt denn morgen kommt auf YouTube eine neue Folge neulichen Aventurien heraus also wenn ihr das jetzt hier auf YouTube seht war es wahrscheinlich gestern oder so Zukunfts Koali da geht es um das Bornland und da kann ich euch nur empfehlen sehr coole Folge geworden wenn ihr mehr über das Bornland wissen wollt dann schaltet da ein und in der Woche danach gibt es ein Talk abseits des Rollenspiels von den Würfelfilosophen da befassen wir uns mit Glaube und Wissenschaft und wie die beiden gegeneinander zu gebrauchen sind und ob das überhaupt so ist ein sehr sehr langer Talk normalerweise nur eine Stunde dieser Runden dieser Podcast aber da hat es uns ein bisschen aus den Fugen gelingt das heißt zum Jahresabschluss kriegt ihr nochmal volle Breitseite Quali mit anderthalb bis anderthreiviertel Stunden Talkrunde über Glaube und Wissenschaft sehr sehr coole Folge geworden kann ich nur empfehlen gibt es auch mehr und ganz am Ende ist sogar ein bisschen was mit Rollenspiel wie immer in diesem Podcast denn die Abschlussfrage hat immer mit Rollenspiel zu tun ja okay dann wie gesagt schöne Grüße und schöne Wünsche habe ich euch schon übermittelt danke nochmal Rintaro gerne schließt mich den Wünsch an ich weiß der Rintaro spielte noch in anderen Runden irgendwie mit ich weiß gar nicht ob man die noch irgendwie sehen kann oder so also es ist noch bei Katze und Wolf ist auf jeden Fall noch ein eine Runde offen da fehlt noch mindestens eine Sitzung aber momentan ist termintechnisch relativ schwierig aber ansonsten bin ich eigentlich relativ sparsam was Online Auftritte angeht ja magst du das Projekt da von Katze und Wolf ein bisschen beschreiben was da läuft es siebte See ja wir spielen siebte See und wir versuchen unseren verloren gegangenen Käpt'n aus den Fängen einer Stadt zu befreien haben dort auch schon Verbündete gefunden und ja jetzt ist quasi der große Showdown steht quasi an also man kann auf jeden Fall noch glaube ich zwei Runden hatten wir oder waren es drei ich glaube zwei die kann man gerne noch bei denen auf dem Kanal nachholen um dann im Finale irgendwann dabei zu sein wenn wir dann wieder einen Termin haben weil das ist momentan etwas schwierig sind schon ein paar ausgefallen ich hoffe das kriegen wir hin ok dann schicke ich euch jetzt weiter ein Magi RPG Miss Magitek spielt Dungeons & Dragons auf Englisch weil die kennt ihr hoffentlich aus den Vampire The Masquerade Runden von Roll4Aid ganz tolle Dame und Dungeons & Dragons ist immer toll also rüber da macht's gut viel Spaß tschüss tschüss oh schade schon vorbei alles aber du kannst dir auch andere Sachen anschauen zum Beispiel das da oder das da mach das mal tschüss